hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen leute von mir heute mal wieder geht ja wie im titel schon steht ich war im urlaub deswegen kam kein video oder live stream ja du bist auch noch da der ist grad danke lo ist auch noch da der ist grad duschen der kommt gleich und ja ich hoffe es freut euch mal wieder was kommt und konnte leidungs drin wie gesagt ich war im urlaub ja uh wangelnig wangelnig meid Ja, eh, 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 oeps, wo ist es noch, hmm, oeps, eh, ja, Ich weiß, es ist gerade langweilig und los, weil ich halt eine labern muss, aber muss jetzt irgendwie gehen, nein! Auch. Huste, ja. Ich gehe alle, Aaron, mein McDonald's Liebhaber. Ach, verpiss dich, du, den Drecksmode-Box, alter. Nein, 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 nein,信. Ich bin tot. Es finde ich so ein Müll. Dieses Ding sieht gepanzert aus wie, dass das 20 Raketen aushält. Nein, es hält eine verfickte Rakete aus. Oder es hält keine Rakete aus, besser gesagt. Weil das bei der ersten Rakete schon explodiert ist. Das ist voll dumm. Alter, warum nicht wenigstens drei oder so? Nee, es hält gar keine aus. Ah, den da. Ich weiß nicht, was das manchmal bringt Leuten, dass die mich töten im Auto. Weil das kostet doch denen einfach nur Geld. Was bringt das euch? Ja, Vicky Lande. Beeil dich mal bitte. Bitte Beeilung, jetzt. Nee, werde ich nicht tun, weil du bist ein Junge. Mann, was auch immer. Passend zum Vicky Lande. Okay, okay, das ist der rechten Auto vor meinen Augen. Die Spawners geht natürlich auch. Sehr amy, 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 amy. Ja, digga, was ist denn das? Mach's rüber, zocken. Digga, schwuler Kick. Warum reg' ich mich eigentlich auf? Mir kostet das Auto doch gar kein Geld. Bin ich dumm oder so? Nicht auf die Antwort antworten, weil ich selber das stumm bin. Jetzt muss ich die Militer anfordern. Hallo, this is my spiritual insurance. Ja, kuschel. Ich möchte nur mein Auto. Jetzt. Die Militer, die ist, also man bekommt, der zur Zeit geht die an eine Million. Meine, meine Mülle habe ich noch nicht bekommen. Ich hoffe, ich bekomme die bald. Weil, da kann ich mir... Ach, jetzt kann ich es in 50 Sekunden antworten. Weil, dann, äh... Ach, digga, muss ich mich in Passiv stellen? Oder was, dass du mir nicht auf den Sack gehst? Äh, ja, als Geisterschein gegenüber, danke. Ähm... Dann kann ich mir nämlich endlich mal eine Kommandozentrale kaufen. Und dann, äh, ja. Dann geht das. Ich glaub, dein Chat geht nicht. Schon wieder? Ah, stimmt. Ja, Chat geht schon wieder nicht. Ach, das regt mich auf, ey. Tricks Chat. Aber ich kann das jetzt über den Desktop lesen. Ähm, random girl. Moin, ah, okay, das ist ja okay. Ja, komm, 2, 1, danke. Und Luca, hi, ich hab deine Nachrichten nicht übersehen. Digga, was ist dein Problem? Ja, ja, ich weiß noch, wer du bist. Alles gut. Ah. Ey, Digga. Dieser Chat, ja, das geht mir auch auf den Sack. Vor allen Dingen, ihr schreibt 5 Nachrichten, da geht er schon wieder nicht. Letztens waren es ja wenigstens 100 oder noch irgendwas. Warum krieg ich jetzt hier 10 Anfragen von 10 verschiedenen Leuten? Ich kann euch nicht einladen, ich kann dich nicht einladen, Leo. Und Doomrider kann ich auch nicht einladen, weil ich bin nicht der Partybesitzer. Das Logo ist und der hat hier auf Private gestellt. Und der ist gerade durch. Leo, falls du gerade zuguckst. Das ist, ich kann dich nicht einladen. Müssen wir wieder zocken. Ja, wenn wir Zeit, wenn ich Zeit, wir alle Zeit haben, ja gerne. Aber. Wo ist denn der Flughafen? Ich nehme, ich reg das auf, dass ich nicht mehr Musik anmachen kann. Ah, lad mal bitte Leo ein und Doomrider, die wollen mitzocken. Nein, da war ich halt kurz. Lade, Alter, hey, dumme. Ja. Ui. Mein Chat geht schon wieder. Und ich muss wieder mit dem Desto. Nein, aua. Ui. Ui. Sie so längst im Chat-Unterlaterin сделать so rein. Das geht mir auf und sagt, dass es die ganze Zeit nicht geht, Alter. Äh, ja okay, ich bin einfach so. Ja, warte mal stehe, du tricks Ding. und nein ich werde schon wieder anvisiert leo leo und hast du tun weiter als folgend über er also zu meint ganz mädchen die manchkarte und der fratex mit haben die die aufgabe jesse meinst du ja mann ich muss das nicht werden online und wer will heißt sorry jesse über deinen pläser schlagen wollte ich gerade ausprobieren mach ich mit dem dinge herrkunde also jetzt nicht gut ist ich wirklich ja das plötzlich jetzt ist er schon wieder weg lade jedoch wenigstens ein a danke ich dachte ich hab euch gar nicht eng geladen ist einfach so wieder gegangen ich schreib eine nachricht schon ich bin schon wieder schätzt nicht mehr da bist einfach du so du bist einfach das ist einfach das lockt ist einfach du bist einfach ein unglück du bist einfach das pure unglück ich weiß das hat meine mutter von meiner grot auch gesagt darf ich bitte irgendwo landen jetzt bitte wir zu landen ist doch nur im weltmobil ja wenn ich wusste meine wusste tun tun wussten deutsch nicht da ja ein flughafen rhein ja 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 perfekt mann alter ich weiß was mich aufregt bei dem auto hat er euch nicht eingeladen jesse das weiß ich nicht ich bin ich der party weiß jetzt kann ich mal reden ne ne genau 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 hallo weiß dass mir aufregt beim auto dass das ding aussieht wie als hätten wir das 20 raketen aushalten nein es hält eine rakete aus explodiert ja das hat sich auch irgendwie das ist richtig geil aber ich sehe im film im film schließt da weiß ich was alles drauf der passiert gar nichts und hier eine rakete boomt tot ja kann ich mal hier rein mann doomrider schreibt mir die ganze zeit ja das ist da ist das ist das nicht jesse hier jesse ist doch ein weiblicher name ja ich kann mir das nicht merken wer im spiel heißt und im dings ich weiß wie einer heißt deine freundin jose ja aber du bist natürlich auf der playstation heißt sehr schön nur meinen körper ist komplett im arsch alter ich kann mir jetzt hinlegen und durchschlafen bis um 12 morgen früh aber wenn ich so müde weil im auto konnte ich nicht einschlafen alle fünf minuten wieder aufgewacht nein ich bin dumm ich fliege ins wasser nein 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 bitte 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 ok passt nein 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 ich liebe dich brust ich war doch auf meine mülle gta ich wünsche mir gerne meine mülle nein nein es war zu ich glaube die kriegst du gar nicht mehr ich glaube man muss den tag online sein nein zwischen den fünften und sechsten hast du eine bekommen die habe ich ja schon bekommen weil ich da online war und zwischen zwischen den zweiten und vierten und zwischen den jetzt sechsten und 13 wird die wird die zwischen also ungefähr nach 72 stunden auf dein konto also nach drei tagen ungefähr auf dein konto zugeschrieben die mülle ich will auch eine mülle du das ich hab mir davon ging nach so was man ja nur was auch schieben ja der wird auch gleich schieben wenn er wieder da ist und auch immer sie sagen gleich ja vielleicht funktioniert bei jeder stadt beim los funktioniert aber auch nicht als ich bin ich der einzige zum glück ich war eigentlich nur auf los so wie gta weil wir müssen ja noch hier die 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 ist das ne also ich würde mir auch gern diese spielhalle kaufen weil die gibt ja bei krankow ich würde mir auch gern die spielhalle kaufen weil Prozent Wege bei die auch übelst wie cash springen da gibt es ja auch mit missionen da kriegt jeder eine mülle wenn man das zu dritt spielen so aber die ich bei mir ist das verpasst wir werden mir ein klima bist du gerade mein live stream jetzt ich gehe mal kurz in internet rein und zeige ich dir mal eigentlich so ist ja auch bei los und so wenn ich jetzt hier auf dem mace bank und sowas gehe steht ja eigentlich noch spielhalle hier und da werden die spielhalle zeigt die wertmensch angezeigt bei mir ist es verpackt du siehst du jetzt gerade ein live stream ich dürfte ein bisschen zurück ich habe nur 200 dollar bist du am gta wie kann man nur 200 haben ich habe mindestens nur 10.000 wegen meinen ganzen kosten und so wegen dass die kürze und sowas was das dafür war nein jetzt jagt mich hier wieder so ein stück scheiße alter ich habe da keinen nicht so ein anderes flugzeug nein geh weg nach keiner an und guck mal live stream da habe ich gerade fast abgeschossen das ding hält ja nur eine rakete aus und sieht aus als wird das 30 außerhalb ich sei denn das ist die trautern ein der hydra für ab 4,5 von lieben verletzt hat sechs kröp ähm hat mir aus versehen nachtclub gegönnt für 1,8 lull ich würde mir niemals einen stopp kaufen ich habe nachtclub aber auch einer ist das doppeligste der sind beim flughafen geht doch mal weg das wilden der mann bin ich so attraktiv in dem auto ich wollte eigentlich noch mein schwarzes mein schwarzen zombie anziehen zu dem auto ach jetzt man kiemen die auch ein keks nein bitte fahr dich um bitte nein 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 mann warum geht doch weg dieses ding hält ein scheiß da krieg ich aggression es hat ein explosivschuss ausgehalten ist kaputt gegangen so aber erst mal hier ist die hier das ding wieder neu bestellen noch mal ein muster muss les wusstest aber was bringt das eigentlich den leuten immer mich in diesen autos zu töten weil das kostet schweine geld für dich doch gar nicht ja die wollen sind abfacken aber warum ich für mich das doch kostenlos was ist daran abfacken das habe ich nur einmal gesagt deswegen habe ich es gerade noch mal gesagt weil gerade auch 6 oder 5 zuschauern das packt ja manchmal wenn sie das nächste mal wieder ein skiurlaub nächstes jahr wahrscheinlich februar und märz oder so noch mal keine ahnung kann es noch nicht mal verkaufen gammels spiel das kann man nicht verkaufen ich glaube das haben die aber auch gemacht einfach so keine ahnung die einzige nachricht die man die man auf meinen screen hier sieht ist aber mein mcdonald's liebhaber das war es dann auch schon wieder dann ist das schon abgekackt nur weil leo wieder drin ist ich frage auch immer leute warum ich auf der straße rumlaufe und auf einmal irgendeinen passanten umbox ich habe einfach spaß dran kannst du mich sonst deine kannst du als habe ich einen stern kannst du mich sonst seine party einladen es geht nicht weil los die auf private gestellt hat und ich nicht der party anführer anführer alles klar ja genau ich bin heute war der führer ach das scheiß polizei mann du bist der führer und ich nicht der party host bin und deswegen als haben die mein fahrzeug abgeschleppt hey digga wie kann man sich das noch mal so holen und nicht eine stadt zu müssen assistent genau alles klar und es geht dadurch weil loris die auf private gestellt hat ich kann nur spiele vorschlagen aber erst gerade nicht da aber eigentlich gerade eben schon duschen oder essen und jetzt keine ahnung wo ich dann eingeladen und dann muss ich einladen klar naja war ja gerade eben da und dann ist er sofort wieder gegangen oh ich habe nur unser rotes weg gesehen deswegen ne duschen essen irgendwas hat er gerade gemacht ich glaube duschen ich habe gesagt du stinkst oder so werde ich glaube dass wir duschen sie ist auf der anderen straße ich habe sie nicht gesagt und sie kriegt da auch glaube ich keine benachrichtigung also ich hoffe es nicht weil dann weil dann ist wieder die hölle los weil dann weil dann weil dann alle jungs wiederum spinn hier drin sind und da ich fünf zuschauer habe können das bisschen doof werden ich bin aber dick und du bist du fahrer hat mir vor uns einfach so geschrieben so weil diese wie heißt wie heißt der orkan der sabine oder sowas keine ahnung auf jeden fall ist mir so geschrieben so was ist wenn ich morgen in die schule oder irgendwas in die schule oder irgendwie rumlaufen baum auf mich fällt da bin ich tot ich so hey wie kommst du darauf ja keine ahnung ja wie kommt man darauf wenn auf morgen auf mich im baum fällt da bin ich tot ich denke ich ein tod her oder so würde überlebt wird sterben verletzungen oder so wie die menschen roten so scheiße das internet ist von alle neuland aber das kann ich nicht anmachen da kommt gleich geschützt bevor es nee das ist doch das ist eigentlich konnten ich glaube das ist kompletten geschützt ich habe sowieso schon irgendwie zwölf und ich werde noch nicht geboren kann ich mal eine mission mit nachtclub machen braucht 50 kvc ab ist jetzt mal endlich da oder was hat jetzt dein maul lad mal hier du weiter jesse ich weiß nicht wer das ist wann ich kann mir sowas nicht merken ich weiß nur wenn die mit mir sprechen wie die heißen so weiß ich das nicht lad ihn einfach jetzt ein mann oder sie oder es ist keine ahnung ich bin schon drin lieber der du hast sie doch eingeladen hast du irgendwie alzheimer ich merke es können heute mir gerade ein chat voll weil er sich aussersehenden bunger gekauft hat nur noch 200 dollar hat in gta ich fliege ihnen das nein ist ich wollte die kamera nicht hallo spiel es wird ich schüttelig soll lol strüttelig so ein spaß spart abt ich habe ein bisschen mehr schien geguckt ach du scheiße eine deine freundin auch seit jetzt eigentlich zusammen erfreue der jesse stürmfelses treuern werden Zeit ist nun zusammen Nein, warum sagt ihr? Weil ihr zusammen seid Nein Auf den Namen Hey Nils Och jetzt kommt diese Schwuchte mit ihren Kack-Flugzeug wieder Nein Lass mich Guck mal mein Livestream Was? Nee Hast du nicht gemacht Nein, wir werden aus und brennt scheiße Und den auch noch live Was ist denn Mein Fahrzeug ist kaputt Och jetzt Aber das live zu schaffen Ich glaube, jetzt schau sie mal Also Hier ist die ganze Zeit so ein Typ Der hat mich die ganze Zeit abgeknallt mit seinem Flugzeug Und da bin ich diese beim Flughafen diese Rambe Hochgefahren wo du auf diesem Parkplatz auf dieses Parkhaus springen kannst Und in dem Moment Er fliegt dann direkt über diese über diese Rambe Und ich ran den voll weg und töte den Och man jetzt ist die Schwuchtel hier Och man Und dann schreibt Ich hab den koreaner Virus Okay, alles klar Das live zu schaffen Das muss man Ja Weil jetzt muss ich mein Auto selber bezahlen Oder hat er das Zählt das für den, dass der das kaputt gemacht hat Ja Nein, zählt es nicht Oh Ja klar, bei mir auch immer Nein, er hat 10.000 jetzt muss ich bezahlen Weißt du, was man auf den Auto auf den Sack geht Auch wenn das 100% Panzerung hat Das hält eine scheiß Rakete aus Und dann explodiert Aber das Ding sieht aus, es wird das 50 aushalten Nö 30 Also im Erfurt wurde ja auch schon gemeldet, dass der koreaner Virus ist Und ich wohne eine halbe Stunde von Erfurt weg Das tut schon weh Wir werden alle sterben, äh bis du Ey Digga, ich mach doch gar nichts Ich will dich nicht angreifen, will nix tun Ja, aber er hat doch doch diese Schuchte Äh, bis, bis zu sexy dafür Kappa Ja, gut, das Kappa, das war jetzt ganz beleidigend Ja, jetzt fahren die Fahrer Äh, Loris fängst du eigentlich auch an oder so, oder? Ja, hab ich gekauft Das ist sehr gut, dass es keiner bemerkt hat Ja, ich schuchte Oh, fuck, die waren passiv Ich würde mich über ein Abo und ein Like freuen Über ein Daumen hoch, ein Abo und ein Like Und ein Negativ auch mal VRGTA runterlöf Gönnir Koreaner Virus, ich nenne das immer, ich nenne das immer nicht Corona Virus, sondern koreaner Ich finde, klingt das für mich besser Jetzt kommt der von den Typen da, von den Koreanern Konnichiwa Konnichiwa Nein, ich bin fast ins Parkhaus geflogen, scheiße Best of Arons Best of Arons Best of Arons Arons Mich hatten schon so viele gefragt, ob ich mal mit dem Loris Also, ihr kennt ja bestimmt Best of so von YouTubern und sowas Ob ich das auch mal machen soll Ja, ob ich das auch mal machen kann Oh, fuck Ich würde ja sagen Digga, weißt du Wie viel Arbeit das ist Das ist erstmal zwei Wochen dran Nein, Spaß So lange auch nicht Ich muss sich alle Streams angucken Ja, meine ich auch Ich hab gerade gesagt Und weißt du, wie viele Stunden ich schon gestreamt hatte? Ich glaube, ich habe irgendwie schon Eine Woche oder so von Stunden her gestreamt Wenn das überhaupt reicht Weißt du, das ist schon wieder komplett sinnlos Ich muss schreiben, irgendwie drei Leute rein Und ich hab einen Zuschauer angeblich von Playstation aus Ja, Junge, deine Rechteanzeige ist komplett verbagt Ich weiß Ich kann nie Ich kann nicht den Blut und komplett groß sein Oh Macht das auch so lange nicht So, ich kann mal öknen müssen machen Langsendes langweilig mit dem Ding rum zu fliegen Äh Ja, nur hast du bist gefragt Ich hab ja am besten Welchen mit euch? Mit Hodenkrebs sehen Ne, geh mal weg mit dem Tief Mika Mika, warte Da kam letztens den seinen Freund rein Und hat geschrieben so Ey, ich bin der Freund von Hodenkrebs Ich dachte mir so, oh ne Und da Aber ja, den Film hab ich auch schon geguckt Und da hat er ja reingeschrieben so Er hat Möchte mal bitte die Nummer von dir haben Hodenkrebs Das soll das von dir sagen Weil ich hab den ja ausgeblendet Da kann er nicht mehr reinschreiben und so Ich warte deine Schwester Also Gib mal deinen Freund Die Nummer ne Der möchte ich ja auch heiraten Und mit den Kindern bekommen Also alles schon mit dir vorhatte Geplant hatte Das war ja krass Ich bin der Krieg und im Krebs Ich mein der war schlecht Aber ich hab trotzdem gelacht Habe koreaner Virus in der Arsch Du hast die koreaner Virus im Arsch Hustet an deinem Arsch rum oder was Nein, 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 nein Ich hör schon wieder anvisieren Nein, nein, nein Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Alles ok Es könnte vielleicht sein, dass ich mich selber gesprengt habe Es könnte aber nur sein Ah Er hat mich selber gesprengt Er hat mich selber gesprengt Er hat mich selber gesprengt Hey Aron Weißt du was? Ich komm von oben Ich seh das gerade Wer ist das? Also bist du oder was? Ja Ich glaube ihr hat den Schuss für mich Wuiiii Tod Wecken auf dem Bein gelandet Na bist du nicht Lad mal hier Dings ein Was sind wir nicht für 30 hier drinnen? Ne 28 kannst du einladen Der hell Ähm dann habe ich mir Dann habe Den Mini-Panzer der kostet 2,2 oder sowas Aber kein Geld Ich finde den Mini-Panzer scheiße Ich will ja auch scheiße Aber der war mal kostenlos Wenn so Wahr Hast du Leo eingeladen? Sieh dich aus Warum willst du mich ein Ich trage mal Party bei Ich mach gar nichts Und der stiche ich mich einfach ab So久entr hers imagem Ja das sie auch Doch der hat sich angezogen Ja das war leery Ja aber zieh dich aus Sieh' dich doch alles Ja warte hier Ja, warte hier Ich zieh' dich aus Sieh' dich aus Da zieh' dich aus thirty erbir Museum So diese Oh, ich hab eine Million Dollar bekommen, schon wieder. Hey, Digga, ich krieg meine immer noch nicht. Willst du mich verarschen? Und vor allen Dingen kann ich das GTA neu starten. Jetzt kann ich vor allen Dingen nicht gehen die andere starten, weil ich grad streamen. Na, kackt das streamen. Hier, baum, baum, mach ich so dein Gesicht, alter. Ich hab mit zwei, Mann. Ja, du trägst mir ein Buttermesser. Ein Buttermesser, gibst du gar nicht. Hey, Digga, dir hält zwei Schläge mit... Na, ich wollt grad schon sagen. Hey, ich hab dich grad grad, glaube ich hab dich richtig gedreht. Ich hab hier irgendeinen Opressor geklaut, keine Ahnung von wem. Nein. Ah, okay. Oh, der ist schlimm, der ist, warte. Ich dachte, er spielt grad gegen RB. Ich hab keine Ahnung, ich hab doch... Ja, du hast keine Ahnung von... Ja, du hast keine Ahnung von deinem Leben, hab ich gemerkt. Deutscher Pass? Nein, der deutsche Pass hat das Spiel verlassen. Oh, ne, sind ja nur so viele Ausländer... ...gegen Ausländer, sorry. Hä? Ich hab mich grad selber weggeboostet. Hier ist noch irgendwo ein Noobbike. 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 Ja, er macht schon wieder mit Messer, typisch. Alter, ich hab einfach nur... Aber ich hab einfach ne Faust aus Stahl. Und ich hab ne Faust aus Muskeln. Warte, die waren auch schon frei. Ja, der war 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 auch schon frei. Ich hab... Ihr Noobs. Ja, ne. Ich hab auch Serien. Scheiße. Ja, das... Lass doch mal Sabine in Ruhe. Ähm... Ich kann... Ich kann jeden Arg starten. Soll ich irgendwann starten? Ja, bitte mach mal. Äh, Lass doch mal... Äh, hallöchen schrau. Och, ne, Josi. Och, ne. Welchen sollen wir machen? Josi, warum kommst du in Stream rein? Jetzt tickt doch schon wieder jeder Junge aus. Der hier drin ist. Kannst du mir's mal erklären? Warte mal, ich gucke jetzt mal. Äh, hier kommt die Rakete. Ja gut, das war's dann auch schon mit deinem Oppressor. Tut mir leid. Ähm... Möchte auch eine Mülle. Ja, dann lockt dich in GTA ein und guck, ob du die bekommst. Josi. Ach, geh weg, Josi hier. Komm, Kusch, Kusch. Keiner mag dich. Ich kann mir Spiele einkaufen. Nice. Ich dachte, du magst, Josi. Das letzte Mal hast du es noch gesagt. Alter, du ging mir zu. Ich hab meine Meinung geändert. Oha, Digga. Ja, schau doch jetzt, was du der Tricks-Mission mahnen. Ja, ich muss zu meiner Basis. Ja, dann hack und fort dich dahin. Okay. Bekommen keine. Ja, dann musst du dich öfters auslocken. Also, das kann auch sein, dass du die ersten ein, zwei Tagen bekommst. Da stand zwischen, äh, in der Zeit von 22... Lalalala. Lalalala. 72 Stunden bekommst du die. Also, 72 Stunden sind für mich drei Tage, wenn ich nicht dumm bin. Du bist dumm. Dumm. Das kann ich mal richtig deutsch als Halsmaul. Ich weiß, kann ich deutsch als Halsmaul. Egal, es kann doch nicht sein, dass immer noch 0 steht. Aller, Bayern muss man hier führen. Das geht doch nicht. Weil ich weiß, wo die Halle kauft. Aber... Wie er was kauft? Der Team will auch abwarten. Spiele Halle. Bei mir werden die nicht angezeigt. Du hast es doch vorhin gesehen. Stimmt, Loris? Bei mir ist es verpackt. Ich kann mir gar keine kaufen. Nee, ich bleib hier. Nein, Josi, tust du nicht. Josi, Josi, du... Was? Josi, hast du ein Video gelöscht? Sie hat... Sie hat... Das verstehe ich auch nicht. Josi lädt Videos hoch und löscht sie direkt danach. Das ist... Als zumindest wird mir das mal angezeigt. Vor 10 Minuten hochgeladen und sofort wieder gelöscht. Digga, jetzt hat mir jemand mein Fahrzeug. Du bist... Brot... Nee, bin Brot. Du tot, alter. Ich bin schon so ein Brot, alter. Ey, Digga, verpiss dich doch mit der Loopbike. Ja. Wer hat hier diesen Streamer? Ist das 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 Streamer? Na, halt wie er von ausrastet. Wie... Wie aggressiv Affa noch immer ist. So, Vigilande? War meist eigentlich Vigilande, Alter. Ist das mit... Witzelrück. Ich... Hexenlande. Wieso spawnt der hinter mir? Weil es soll ist... Das war ein Polizist nur so. Ja, also wurde dann angezeigt, dass er mich gekillt hat. Aua, 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 Aua. Aber ich werde angeschlossen, Aua, Aua. Ich hab jetzt... Und jetzt jetzt der Auto wieder gekauft. Hat alle gelöscht, ja. Ich hab's gemerkt, Josi. Digga, wie viele Polizei ist denn hier? Aua! Josi, eine Frage. Wieso nervst du den Arm? Aua und immer. Puh! Aaron, wer sind you? Ihr Stalker, weil, warum? Weiß auch nicht warum. Alter, macht dieses Stream aus. Aua, das ist... Aua. Aua, und Krebs. Hallo! Codenkrebs. Äh, weiß ich nicht warum sie mit Stalk. Die ist einfach... Die... Josi, ich glaub du hast einen neuen Freund gefunden namens Hodenkrebs. Die mobbt mich durchgehend. Durchgehend? Kann ich verstehen, will ich auch kommen. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Hab übrigens, soll ich das... Ich hab neulich das Casino-Auto gewonnen. Ich muss auch... Ich geh jetzt auch mal ins... Ja komm, dann start doch einfach, laber doch nicht. Mann! Josi, ne, warum weiter, was ehrlich? Du Hund! Du... Äh, tut mir leid, äh, äh, tut mir leid, äh, das war... äh, du Arschloch! Was? Autos muss. Oh, hier sind Polizisten, ja schade. Ah, und ich hab euch das neue Casino-Auto gewonnen. Ja, ich will's auch mal kurz ins Kassieren. Warum ist hier ein Haus? Mann! Ist, äh, ernsthaft hab ich ne Rennen gestartet? Nö, jetzt kommt's. Nö. 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 Kameragiv sediment, äh, so schnell den Busen und sowas zücken kann, ist das die schnellste Auto im Game. Ha, äh, äh, ach so, Arah. Will man da wirklich beitreten, Arah? Will man da wirklich mit mir einfach gar nicht mehr die Kommentare durch distribution das Spiel zu de 오른, jetzt. Arah, willst du dabei treten bei STL? Mussㅎㅎ, ich mach nicht, glaub ich. scheiße ja ich guck mal guck in mein livestream, guck in mein livestream, bitte erklärs mir ja mein, 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 das dümmste auto der welt ist angekommen wie, wie geh, wie, wie komm ich da oben hin also bitte bitte was ja, guckst du mein livestream, nice, du hast doch gesagt, auch ein krebs ja, du bist oben, du bist hodenkrebs, ja, ach, du bist bestimmt der hodenkrebs ne, ich bin lego wenn extra in eurer lobby, warte mal, ne, scheiße, weite Knopf äh, äh, ach, ah, stimmt, ähm, loch hast du uns schon eingeladen ja, ich hab nur gestartet, also ich hab euch zwar alle eingeladen, aber ja, ich muss mir halt eine Runde prüfen ja, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab gar keine Einladung was lachst du da vorne ist ein Spieler, hm, wo ist der, da, nein, scheiß Bus, ja, wir gerannt geh weg hier, oh fuck hier oh oh oh, da war ein Baum, scheiße ähm, ähm, wie geht's da, äh, gut, wö, also, falls du mich weinst, gut, und dir selber oh fuck, oh scheiße, oh kacke zockt eigentlich noch jemand irgendjemand von euch gleich auf Klähenz bin hin wieder reingegangen, so was heißt, hm reingegangen wo reingegangen was so spielst du das oder nicht selten aber schon dann kommt doch mein klar nein muss ich ich hab mir extra sind extra ein klarnamen überlegt den keiner von keiner hat das ist der einzige clan der dienst gibt so scheiße nach josie auf so weil also wenn das wort da drin ist dann antworte ich die zehn nicht gut schreibt jetzt das ist schön sehe euch gar nicht ich dich auch nicht das ich muss schnell ins casino kannst mich wieder einladen danach los ihre bet に zuschaut Prozent sowohl nicht einfach nichtjahr weil wir müssen wissenig dass es nicht so dass es mir dann zu peinlich weil er mache mich alle deswegen dumm so nicht zweite aber PS liebst so so sie müsste MaskinarOk Imagine ist ach ich sehe gar nicht zu zu zählen woher es kommt dann mach mich ein tun da kommt immer nein mach ich nicht aber auch nur so für dich erzielt er habe ich angefangen das war rp rc der liebes los ist ich mache gar nichts weiter ich habe mir offen ist vor und du bisher hält so und du hast dich mal einladen du schildschlag macht hallo Prozent so ich habe es gut ich kriege jetzt Geld weil ich will eigentlich ich will ich gar nicht es auch nicht Geld es nicht das Geld bitte zumal das Auto sowieso scheiße ist oder müsste mir da kann auch eine Milde gewinnt das geil und los drehen und selbst von mir kraft und was kriege ich 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 Geld 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 nein xp scheiße ja das 84 ich mache gar nichts hier ist ein bpq was steht da quest oder sowas bpq Colin du klatt dich auch ein komm Colin aha warte ich schau in chat hä was das ist jetzt scheißegal ich will jetzt die Musik hören aha danke nein du kriegst ein Copyright ich will auch gern Musik anhaben weil das immer boring ist im Auto so aber hörn bis die Antelle Runden so komm Leute wir fahren sieben Runden also wenn du drüber singst dann ist das so nur so ich 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 komm jetzt rein ne aber wenn er rüber singt dann kriege ich Ohrenkrebs Nein rundenkrebs ja wenn ich bitten darf ich hab rundenkrebs vom kanal gebannen müssen wir ihn wenigstens äh eh radio tschüss still tschüss 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 yeah xdm Radio aus radio aus radio aus radio aus Radio aus aus ähm eh lädst du vielleicht noch n Dings ein hier wie heißt er wie heißt er ähm 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 ich hab mir grad ahorn kennst du dieses diesen Oldtimer den man so ein Taxi auftunen kann ja kenne ich habe ich mir gerade gekauft und aufgetunst du hast du eingelassen warte mal du wolltest du wie heißen der hier nochmal als habe ich ein alkohol und ach der ist drin okay alles klar ja dann starte da wurde einfach so ein let's play mit all deinen zuschauern ja willst du ich wie soll ich das hinkriegen würde gar nicht alle zusammenkriegen und das wäre so ein chaos würde ich das hinbekommen und kann keins dann trennen schreibt können bin zu dumm für alles null ich kann das auch nicht ich werde so ich werde letzter werden ich kann ich werde er hat und ich habe keine auf die ich werde ich stehe auch stehen ich will er werden alle über 100 muss los eigentlich nicht sind drei leute über 100 aber ok kohlen hat auch den 37 auf das hast du für eine scheiß wederleitung kann das mal schneller gehen naja ist jetzt mal starte also ich weiß ja nicht was du jetzt meinst so aber was hast du machen wir auch holen aus erpult die ein vertreten r die 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 das legende das anweser man jetzt kann die stelle er kommt hat er nein scheiße das bist du wenn du das wird ich nicht will meine eltern nicht da sind nicht auszüglich leichter kristian der hat gar kein fahrzeug das ist so ein alter 1880er pc macht er mann ist der lp was ist alles was ich überhaupt ein anwälter mit oder wie das ding heißt für ein spiel was ist das aber nicht wette auf dich geil ich war zu verkacken aber danke da werde ich meine outfits nachkommen scheiße ich werde solch auf dich wachscheißer jetzt habe ich gewettetet werde ich verkriege es extra stl 1000 dollar warte wo hast du der aus warte hier geht's los stadt das spiel der ist legit legende alters michael bob noch da damit die verkrault hast du windschatten an ja ja hat er auch da ach nee das ist so was hat das team habe ich als letztes gespielt ich war glaube ich vorletzte oder so die speeds bringen eigentlich absolut gar nicht so leo verpiss dich ich hab gedacht du willst letzter sein von vorne ja deswegen werde ich nie mit bei zuschauern spielen das wird genau zu enden haben das wird genau zu enden ja vor allen dingen werden dann bestimmt alle auf mich geben und die gebeten das so viel zu können wohl auch die geschläge ist das war auch ein weißer keine ahnung das war jetzt ist nur das letzte alle leute ist es akzeptieren muss auch das gerade wer ist ja eine große Stauberdings ist ganz ohne hier kommen ach der ist der gekommen ist der rote der grüne der rote oder grüne keine Ahnung ich bin dritter Colin ist der grüne und ein gewöckel nein verpiss dich der hat mich weg die schmuchte ich hab dich vorstellt vermisst Aaron ach man nein jetzt hat er mich gedreht jetzt bin ich wieder letzter nee nicht ganz hinter dir ist ein grüner hey digger ja du weißt doch letzter sein Aaron ich wollte mich gebrauchen wir wollten dir nur dem du weißt jetzt schon noch dass ich noch auf dich gehen werde nee und zum glück hast du sieben runden eingestellt leider jetzt hat mich einer gerammt das ist gut ey leo leider lass mich mal drücken leo komm mal kuscheln warte mal leo hallo ich bleib ich will nicht gerammt werden ich zeig dir auch mittelfinger das ist nicht kinderfreundlich das ist nicht kinderfreundlich ich hab grad richtig scheiß mucke ganz schnell aus damit wer ist hinter mir? der Matabal und ich der Matabal holt mal die anderen nicht ein kann ich mal wieder hier irgendwie rankommen an die anderen oder ah der will wildschatten ey persönliche Bestleistung ja das war ja auch du und Bestleistung du und Bestleistung Colin lass dich drücken Colin eine Umarmung bitte wer ist das? wer hat sich da grad gerammt keine Ahnung Regenbogentyp ich so bin wieder vörter warum bist du nur noch so weit vorne rat mal hier Boris weg ich kann übrigens grad nicht im Chat gucken nur so falls grad irgendjemand reinschreibt ich glaub ich schreib grad sowieso keiner aber ey Colin ha ja tschüss Colin ich hab nix gegen dich also gegen dich nicht ey wer holt sich hier wildschatten blauer sind Cobb nein Cobb Ryan was komm her Colin Colin gib mir gib der den das ist hier irgendein random und der ist erster die Barschen DIGGA Loh es ist so ne Schwuchtel ja das stimmt ja das stimmt das ist ein wenig süper ich war jetzt zu euren Schwuchtel das erste Mal weil ey ne jetzt bleibt jetzt ram ich euch alter ich fahr jetzt rückwärts und ram euch alter es geht mal auf den Sack ne ich hab mich grad dreimal gedreht ja ich hab mich einmal wegen dir Schwuchtel Loris gedreht dann kam noch die Fotze in äh in äh Neongrün und hat mich nochmal gedreht dann musste ich mich nochmal drehen und da kam noch Leo der Spacken alter so Loris wo fährst du lang links oder rechts Junge du wirst jetzt nicht überleben hier leck mich warum Aaron was hast du getan Colin oh scheiß gegen dich hab ich nix nix gegen dich aber Colin hat mir gerade gesagt ja welche Runde seid ihr äh 5 oder 6 warte ich kann nachschauen namut ob ob ich hab deinen Namen richtig ausgesprochen ähm der hat zu mir geschrieben Huren so ich werd jetzt Colin nur auf die Finger hauen und Loris äh Schose die dachte ich einfach und Loris ich hab das Gefühl dass dieser Colin schneller ist als ich ich hab das Gefühl dass Colin einfach nur gemein ist ich hab das Gefühl dass du recht hast und das hatte ich noch nie das Gefühl ich hab grad einen weg dann das aus dem Colin Colin also Colin bei dir spülen der Erschütter nee Aaron lasst mich hab dem nix getan Colin bei dir spülen die Erschütterung der Macht kann ich ja nicht schicken die Macht ist in ihm kann es sein dass ich ein Checkpoint verpasst hab der Lauch ist stark in ihm das kann sein ja ach komm ich helfe dir Aaron ich ram mit naja warte wer kommt da jetzt hin keine ahnung einfach ram scheiße das ist Colin das ist ja nein gut ich hab irgendeinen türkisen gerammt was ich muss noch irgendeine ich muss noch eine schnelle runde fahren der Loris der darf nicht der darf nicht der darf nicht soweit der ist der Loris das ist der Loris ist der dunkelgrüne nur Loris ergraben keinen anderen anderen alle in Ruhe lassen scheiß egal nur Loris ja ich habe ihn verfehlt weil es zu schnell war und der Lappen zu Ausweichen manu für ihre rechnen jetzt ist er auf die andere Seite gefahren Colin 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 nein ha Loris nur zweiter geworden ha was für ein Opfer hei äh kann es nicht so dumm achso der der war der will auch hier runter ja frei endlich lass wegfahren hier ich habe keine Lust mehr uiuiuiui ach scheiße ähm äh ne spaß lass 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 erronchen ey äh äh irgendwelche Buchstaben reingeslamm ja ihr Opfer alles klar ok danke für die Beleidigung ähm du kannst echt von Glück reden dass ich weggerammt wurde das habe ich extra gemacht oh der will ich ran nehmen ja richtig wettverlust die minus 1000 danke stl dass du so scheiße du spielst warum hast du so scheiße gespielt hat mir extrem scheiße gefallen deswegen im storm nach unten ich auch aber aber auf jeden fall einen daumen hoch geben und den stl einen daumen runter ja ähm was spielen wir denn auch nicht wenn ich ich bin bitte nicht mehr zu welchen kleben mit dem bandito ich kann mit ihm viel nicht fahren da da ihr sie classic nimmt den easy classic ich kann mit ihm beim bandito echt nicht fahren alter ich bin da echt dumm für das ist dann classic weiß ich nicht was der laber der hat bisschen gesagt warte mal ich glaube ich stehe jetzt 1 0 weh das steht jetzt für Leipzig 1 0 bist du geläftet Aaron? nein bin ich nicht hoffentlich Aaron ist eh genau ja das stimmt irgendwie schon das irgendwie recht auch so mal gucken hä nein hä das ist das ist das doch gar nicht ja Musik es steht immer noch 0 0 wollte die mich kicken alter nehm ich soll mal hinten machen ah ne ne steht immer noch Yslie Naja ja komm mach jetzt her ne komm start start komm 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 kromm ich habe euch die ganze Zeit eh gerammt xd ja mich die anderen hast du nicht gerannt nicht hauptsächlich ich werde von morris irgendwie firma umgedreht von korn zweimal verlieren auch einmal du kannst mich mal alter warum ist jetzt so ein komischer story ist rost das gestartet also leute den lern vier hat er wird zum problem passt auf aber die andere wälte sind immer die schweren alter weil die keinen plan haben sich einfach weg ich habe ich habe auch ganz viele diesen 8000 aber das sind dann halt hacker also aber was kommt bei dir um die die kommianzeige oder spielt alles genau das kombi und manchmal und manchmal halt auch zuschauer zum beispiel jetzt haben wir gerade wieder drei leute oder sowas geschrieben ich habe angeblich nur zwei zuschauer leo banane plus das andere kann ich nicht erkennen ich bin zweit weg ist gleich meis colin wollte loris gar nicht weg haben ja auch gesagt also kann ja du bist die ganz schönes bürste mädchen wie sagst du als der nicht weg gerannt du böser gnade auch genau warum bandito ich kann das ding nicht fahren das eins der wenigen fahrzeug die ich gehe sie absolut nicht fahren kann aber wie viel zuschauer streich gerade sechs oder sieben das war ja manchmal um ich habe auf ich habe sechs und dann gleich danach auf ich habe zwei gleich danach auf einmal club wieder sieben oder sechs aaron und stl 200 dollar drauf gesetzt ich habe doch gerade gesagt ich kann das ding nicht fahren ich kann das wirklich nicht fahren ich bin wenn ich rc bandito rennen gemacht habe falls irgendjemand schreibt ich kann es leider nicht nachgucken tut mir leid da habe ich immer bis jetzt verkackt ich war immer ich weiß was ich habe immer tritt da und hat irgendwie 20 mäßig matches oder sowas gemacht ochtend dann euch das bin ich schon ganz oft gefahr auch die die ja nähe ich hab ich wieso nicht passen für ernsthaft der mutter kasseck gerannt und klingt nein auch meine wirst du das fährt so ein typ an baum und kommt genau da auf wo ich lang war im film nein das war irgendein da war irgendein gerber das hat gegen baum gefahren und du bist der pink ja du bist gegen baum gefahren bist direkt so abgeprallt dass du direkt in meinen farmweg rein klapp auf warum macht man das mit berührung welche schwuchtel hat das eingestellt das ding ist eine scheiß lenkung ist übelst mit driften und so ja deswegen ja deswegen kann ich das ding auch nicht fahren weil man das nicht lenken kann weil wenn man einmal hier ohne kontrolle gerät betritt mich einfach wie so ein bayblade falls es irgendjemand was im chat schreibt ich kann es nicht lesen ich muss mich hier konzentrieren auch wenn das sehr leicht aussieht ist es nicht ja super wieder gedreht toll geil ich liebe diesen bandito der der macht so viel spaß für den soll ich knapp zwei millionen ausgeben und so ein treckst den kostet zwei mille alter richtig geil für so ein spielzeug aus maximal 200 maximal oder nicht mal drei cent ist der kostenlos sein alter das ist doch absoluter krebs ich würde nicht mal holen für null dollar das ist das könnte das können wir so krebs sein was in gta ist also gta bekommt das schlug als koronaviru das ist das schlimmer als koreaner virus alter sei bald so der der bandit das war scheiße ich habe mal ein freund gehabt hat gesagt dass die zirka dieser dieses kleine auto die dieser bandito schneller und besser ist als ein sensor ja ja immer wirst du wenn ich wenn ich kennst du kennst du kennst du kennst du diese kleinen diese mufas ne dies gibt heilio diese mufas ne wenn ich da gegen eine panzer antrete alter ich gewinne da ich fahre den einmal an der explodierte panzer ist auch so immer ich weiß wer wer ist ein erster überhaupt welcher welcher platz bist du los buch ist scheiße nein jetzt bin ich hier dran gefahren ach mann du bist dritter wie kannst du dritter sein alter wenn sie das singt ja heimlich gekauft oder was da war eine säule kohlen ist vor dir leon nur so weiß der hat mich schon weg gerannt ich glaube wenn man hier mit max mal speed fährt und dann bremst und übersteckt sich ja ja macht's auch das immer lustig also für denjenigen nicht so übrigens ich habe ich weiß ich habe das Thema schon gesagt aber falls ihr meinen chat schreibt ich kann das ich kann das nicht lesen wir haben noch versucht das auszubalancieren ja das war sehr traurig ich glaube das ding kann besser driften als so ein scheiße ich fick ich das surfboot gefahren nein was kannst du eigentlich nein geh weg weil das ist doch krebs das ding zu fahren ich will nicht mehr wir haben doch gar nicht für dieses für diesen trecks modus abgebotet hat doch was anderes mit irgendwelchen geländewagen warum wird das so gefeiert das doch krebs das ding zu fahren also ich können wir könnten noch sechster wären weil zwei sind vor uns bin neunter siebt das ja sechster wäre noch drin konnen mach mal schieb mal den anderen weg und macht mit selbstunfall das wäre sehr nett ok tollen hat geil danke bin siebter es freut dich oder ja gleich nicht mehr bei mir dran fahr also ich bin ich bin noch keine runde durchgekommen wo ich irgendwo noch nicht dran gefahren jungen irgendwo hat wahrscheinlich irgendwie kann irgendwas an ein stein auf sie im auto ich rame ihn aber ich kipp um gerade auch so kurz vorm sterben so bei bei noch ein krankenhaus so aber ich kipp um ich darf ja nicht sterben ich darf ja nicht sterben mit deinem live stream sitzt mit der geschehen ja stimmt da wird er gelöscht ist ja scheiße dann ich glaube kohlen hat hex an der fährt viel zu gut ja der rammt nicht schlecht boah der kam da gesprungen keine ahnung da kam ein vögelchen ich hab's genannt ja ja und zwar der nirgendwo ist welcher platz ach kohlen hat nen unfall gebaut voll was ja ich hab kohlen überholt ich bin der krasseste loris welcher platz digga als ob jetzt schon wenn ich im ziel sind der grad eben schon im ziel ist alter der der spielt das doch nur im online modus das teil der hat sich doch 10 stück davon gekauft oder so und spielt alle 10 gleichzeitig ich hatte noch einen freund der hat sich davon 10 stück gekauft und hat die nicht vorher ausprobiert wie das ding ist und dann hat er gesagt wieso hab ich so viel geld für so was für so ne scheißhaus das ding kostet ja 1,0 digga man ich hab ich gerade die letzte runde richtig verkauft alter ich hab diese lusche überholt alter easy alter scheiße digga wirste kohlen springt über so nen komischen graben und land aufm rät dann wenn ich über in diesen graben reinfahre land ich aufm rücken ja das ist so ah jetzt bin ich 10er yay ich liebe diesen bandy zu alter der ist der ist so geil alter der ist so schön fahren ist gar kein krebs den zu fahren ist so digga da würde ich lieber das rücken krebs wieder im chat drin ist als dieses ding da zu fahren ja ich bin vor jetzt bin ich zwölfter digga ich fahr jetzt aus prinzip nicht mehr ins ziel rein ich bin jetzt irgendeine scheiß treppe runter gefallen hier habe ich fahren ins wasser ich bin 15 da so der level 255 als 16 der level 255 als 16 ich will nicht wie es wollen hallo spiel ich habe keinen bock mehr verstehst du es nicht ich werde nochmal schön dagegen fahren ah ich hoffe das ding ist kaputt gegangen alter Loris lass äh lass teamen ah ja alles klar schön dass du es jetzt sehe nils lacht sich ein kaputt ähm ahon kann kein obst unterscheiden was für banane ich habe nicht gesagt banane das ist ein scheiß maiskolben äh ach guck mal wunderschön alles klar ich glaube das müsste es reduzieren ja guck mal der hat das voll aufgetunt im hintergrund wie war das denn also die gewinnerin ist zwar ziemlich unangenehm ich glaube das müsste ich sensieren warum doch war doch schön ich glaube jetzt wirst du Anthony schreibt nun lachsweilig direkt auf dem runter easy classic super ich mach mal kurz ein bild von der gewinnerin und bin kurz weg ok wieso dann nicht easy classic easy ist beste weil es nicht easy ist ich heiße easy und nicht easy easy classic also ich habe vier zuschauer ich könnte mir das ding glaube ich sogar kaufen ich will es nicht irgendwie jetzt ich kenne einfach 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 nein so bin wieder da ja uh Aron war kurz weg uh naja meine mam kam grad rein das ist eine mam ja habe ich was soll sich normal damit es mama um die und man zu haben zu sehen wie geht es dir der Gerstl der WLAN ich werde sein geholt 8 damit weder im Kost und er will Uwafel bei 933 haben sich er wird in ich bin kurz weg wieder dass alle Leute anmachen überkommen kannst du bitte direkt nores daumen hoch geben so gehört sich das kann der typ mal starten die lobbies voll bitte bitte starte das spiel du hast schon wieder eingehalten kulaschi hör auf bayern bälle zu halten ihr soll verkacken alter kann doch nicht sein dass die jetzt nur spielen doch was sie war war alle über das stelle der schießt der rd der torwart in rb leipzig Prozent von den schreien gut für Aron Prozent 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 Kuppel bitte mein Chat rein der Kolonin schwul dich gerade an Rousseau wenn ich mich so darwählen er war nicht irgendwie erkältet das war nur weil er irgendwas geschrieben hat glaubt das rück aber diesmal ist hin dazu irgendwie umpassend trockenvögel wenn ich eigentlich immer noch nackig Prozent ich weiß nur ist leo alter sicherlich hässlich auch mal sein scheiß schnauze als schnauze ich bin elegant Colin ist einfach so ein normaler Typ mit Handschuhen und der ist schon ganz alt Colin weil der hat schon graue Haare wo ist so ach da ist Loris wo ist Colin du alter Mann nein ich konnte auf Colin nicht mehr wetten auf den höchsten Level gesetzt habt ihr wieder auf mich gewettet ihr wieder auf nicht gewettet ich hoffe nicht weil ich hab auch ich hab auf diesen Max ich hab mich nicht verkackt doch sowieso weil vor allem ihr wettet auf mich und und rammt mich dann weg dass ich eh nicht gewinnen kann ich hab auf diesen neuen hunderter gesetzt jetzt rahm ich mich nicht mehr überdreht super Leo ist vor mir super ja 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 ist es den sein ich bin 20 sein wünschen an übens viel vorbei wie viele sind hier bitteschön drin du hast doch kolle weggerannt ich habe das doch gerade gesehen ich gebe dir muss ich habe den bus gegeben was macht die das war ich ich habe mich als rapte zu nehmen ein bisschen kohle macht es platziert sich so auf den speed dass da überhaupt nicht mal vorbei kann er galt mit 18er ich bin 16er du schwuchtel alter und mein ding ding was ja was war es ich hoffe ich bin auf deinem Kanal wow Josy liebt dich nur so doch hat sie mir erzählt doch hat sie mir zählt Digga, ich schick dir das dann, ich mach dir dann einen Screenshot ok die hat mich noch nie gesehen, die hat immer eine Stimme gehört die liebt dich hat sie mir... ich schick dir gleich den Screenshot warte nach den Rand schick ich dir den stimmt Josy, kannst du ja auch gleich einen Chat schreiben, dass du ihn liebst genau ist wirklich so, wer hat 10 Runden eingestellt, Alter ja, das würde ich sagen, der 900er Josy, stimmt schreib's bei ihm rein, stimmt wirklich, ich schick dir dann Screenshot Alter, Digga Digga, nein, der dreht mich, verpiss ich, der will nicht nein, will er nicht, ok, gut, hat mein Maul Ey, Bala, Alter Ideas in Barik Hallo, hat den gedreht Ich bin runtergefallen, leck mich das ist gut halt dich Ja, ich bin runtergefallen Colin Colin hat geschrieben, der hasse dich, ok Wie kann das eigentlich sein, dass ich Vollspeed fahre und trotzdem welche mich einholen, obwohl die kein Speed und sowas haben, kein Windschatten Wenn Vielleicht nehmen die einfach die Spur durch Ja, was du lachst, meine ich Ja, guck Sonst macht ihn immer so einen Beschämten oder so, ich schick dir dann einfach ein Screenshot Ich zeig dir das, ne Warte, ich weiß grad nicht, ich hab grad nicht genau gesehen, was du lachst, ne Ich glaube, du lachst, ne oder beschämt Wenn das kein Beschämter ist, dann, ne Ne, das ist ein lachender Ja, gut, dann, äh, ja Ich schick dir dann, ich schick dir einfach ein Screenshot, warum lau' ich einfach hier so doof? Ich schick dir einfach ein Screenshot Siehst du das, ja Ok Komm, Amigo, gib mir Windschatten Amigo, gib mir Windschatten Also ich bin so weit, ich bin Zehnter und hinter mir ist ein ganz viel, äh, ganz eine ganz große Lücke und vor mir ist eine ganz große Lücke Ich kann eigentlich, wenn ich keinen Unfallbau, keiner mehr einholen Aber ich kann auch selber keinen einholen Weil alle grad perfekt fahren Welcher Platz seid ihr beide? Neunter Äh, Vierzehnter Ah, du bist vor mir und du bist hinter mir, okay Holen, komm, komm, schreib mal die Kommentare, was du und bleibst Ähm, der ist 21. und hat geschrieben, ich hasse Loris, weil du ihn irgendwie weggerammt hattest Ich hab ihn weggerammt Nein, Loris hatte ihn auch beim Speed weggerammt Deswegen hat er geschrieben, hasse Loris Ich hab einen gerammt und der hat sich überschlagen Digga Loris, kannst du mal den wegschubsen, ich will neunter werden und dann dich selber noch wegschubsen, ich will neunter werden Das war ich vorhin, doch da bin ich runtergefallen Ey, Halt Huch Äh, wer, 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 hallo Oh Alter, Colin Colin fährt übrigens jetzt rückwärts und will uns alle wegrammen, nur so Also es kann, es kommt einer Es kommt einmal Es kommt einmal Digga dauert das lange Colin, bitte nicht mich wegrammen, ich hab dir nix getan, ja Wenn dann Loris Wer auch immer das hier war, der wird verrafft, der wird von mir gehasst Colin, ich bin, falls du grad zuguckst, Colin, ich bin ein lila Auto Also bitte nicht das lila Auto wegram, weil das bin ich Wenn dann nur Loris oder Leo, danke Ich bin ein grünes Militärauto Alter, das sind, das, jetzt hole ich alle ein Das sind irgendwie zehn Leute auf einen Fleck Welcher Platz bist du Loris? Ja, das wäre ja gerne, Alter, aus dem Grund Jungen, mich hat grad einer weggerabt, ich hab mich wirklich Irgendwie seitlich gedreht Als wär's Oh, zwei sind runtergefallen, geil Vor mir ist noch einer Entschuldigung, Colin, aber du hast getrenzt Dann hab ich dich einfach mal haupt Digga, Josi schreibt Domme Die nennt mich zurzeit Domme Du bist ja auch Domme von der Breite her Oh, na Oh, na Hey, Colin, kennst du nicht das Gesprächwort Wer brennt Hi, Mika Na, auch war wieder da Ja Wo warst du du? Ja, du warst lang weg Ja, du warst lang weg Um genau zu sein, ungefähr eine Stunde Oh, ah, oh, der ist immer noch nicht fertig Oh, Colin Oh, Colin Wir machen gerade ein Rennen und wir haben hier einen Zuschauer mit dabei und er will uns weg ran Ja, das ist toll Ha, ich hab mich da wollte mich drehen und ich hab ihn gedreht Jetzt bin ich 17 Hä, ich hab grad ein, ich hab grad ein Weckram, bin immer noch 10 da, das hat keinen Sinn Ich bin 17, ich bin 7 hinter dir Oh Gott, da kam der Colin Da ist Alex irgendwas vor mir Scheiße, ich hab den einen Speed nicht genommen, kacke Nein, jetzt holt mich noch der Typ hinter mir ein Ich, äh, wer ist weiß Äh, nein Kein Auto Ich schram den grad weg Ich hab grad einen weißen weg Ich hab grad einen weißen weg Ich hab grad einen weißen weg Ich glaub, der ist hell auf jeden Fall Hinter mir ist ein weißer und kein schwarzer Aber nicht die, aber nicht die hellste Ferse oder Aaron Ja, ich weiß, ich bin sehr rassistisch, tut mir leid Ich wollt eigentlich, das ist egal Halt! Colin Oh, das war jetzt knapp Colin Oh, immer noch drei Runden Dieser Alex Nein, Colin Colin Oh, Alter, warum willst du mich wegramm, ich hab überhaupt nichts getan Ey, ich will mir einen Weg abschneiden Liga, der ist mit einem 10 Meter grad neben mir vorbeigefahren, Alter Ich hab fast grad einen Herzenfack bekommen, so mal irgendwie ich dann 13 oder so bin, wenn er mich wegrammt Colin ist mies, Colin kämpf am besten hier, wo das Ziel geht Linie ist Oh nein, hör auf, Alter Stell dich doch einfach quer vor so einen Speed Alter, das wär richtig assi Ich wollte mir da schon noch ein bisschen bedanken, das war Ja, scheiße, ich glaub der guckt mir gar nicht zu, deswegen ist das nicht so schlimm Scheiße, ich hab einen Speed verpasst Ja, bin ich 13, zwar Ja Ich glaub der guckt mir gar nicht zu, ne Der ist natürlich Winter zum Geist, der hat er extra ganz nah an den Rand Oh, Colin pick Hat er dich weggerannt? Nicht mich, aber den vor mir, ich hab den vor mir reingerast Geil, Alter Jetzt seid ihr noch näher dran Ah, ich seh euch Nein Hui, hallo, na Na, das haben wir ja falsch in der 13 gespielt Der hat Karma kassi Der rammt nicht oder fällt runter Der rammt nicht oder fällt runter Jetzt seid, sind drei Leute ey, kommt euch drei welche noch einholen Rammt euch mal bitte gegenseitig weg Rammt euch mal bitte gegenseitig weg Ey, 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 ey Ey, ey Los, welcher von denen bist du? Der grüne Rüge Colin, bam Jungen nimm das Colin Du wirst grad gesandwiched Bitched Es sind vier Leute vor mir, bitte Ihr seid, ich bin direkt hinter euch eigentlich, das ist so gut wie direkt hinter euch Aber nicht so weit, so nah dran, dass ich Spinn schadling bekommen kann rammt euch mal weg man zwei runden jetzt sind fünf leute jetzt will ich euch einholen fünf leute kann ich mir nicht entgehen lassen ich habe gerade das team verpasst das ist nicht gut nein collen stopp aus für viel nein nein wer ist das gründer leo danke jetzt bin ich neuner jetzt habe ich auch alex irgendwas eingeholt hoffentlich ja ich bin nee der was bin achtzehnter ich bin nicht mal letzter ich bin ein alkohol in das letzte der wollte mich weg hey wer ist der afkala stunde hilfe hinter mir ist alex irgendwas der ist windschatten reichweite ich verstehe das game schon wieder nicht er hat kein windschatten aber ist trotzdem schneller als ich der auf die kürze er ist wert und komplett assi wenn man hier aufgetilte war und so etwas mit dabei hat aber ich will jetzt in der kurve und krieg windschatten um der hat der hat mich gehabt der hat gesagt haha was ist daran viel mit dir gemacht doch nicht Hey Digger! Hehehehe Ah! Jungen, nimm das, du was! Ich hab ne Audi von der besseren Lache. Da wird's auch... Die spiel ich ab. Die spiel ich so oft ab. Nein, mach sie nicht. Hehehehe 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 Das ist Lamypick. Hehehehe 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 Hi, I'm Peppa Pig. Oh, so... Hehehehe Things that turn Switzerland to the max. War das nicht Dingin? Rainbow Room? Random Girl? Ollen Aber Jessie Carl Ich versuch sie alle wegzurammeln, damit sie nicht erst, aber so... Aber Jessie Carl Ja, ich hab einwenk gerammt, deswegen gewinnt der eine, ja. Ich hab ihm geholfen. Guck mir jetzt mal deinen Stream an. Okay. Ja, was weiß ich, Josy. Ja, was weiß ich, Josy. Colin, wollen wir nach der Runde alle rammen? Jaaaa Jaaaa Colin, schreib jetzt in die Kommentare auf, wir verziehen wollen und alle weg haben. Mhm. Ja. Ist Colin in unserer Lobby, oder was? Nee. Wie geil ist ja nicht Colin, oder? Colin schreibt ja auf Doris. Ha, auf mich können wir nicht mehr gehen, haha. Ja, aber auch auf Aaron aus dem Grund, er hat nicht gemobbt. Auf mich können wir nicht mehr gehen, nur noch so. Oh, Josy. Ach, du bist gelöftet, was bist du denn für ein kleines Schweinchen? Er wärs gelöftet. Ach, warum? Warum? Weil ich keine Lust mehr habe. Okay, also gehen wir nicht bei Moze, oder was? Ja. Nee, wir machen eine andere Mission. Aber, ähm, nee. Aber ich hoste die und stell das so ein, dass man sich nicht wegrahmen kann, weil ich hab mir 8... Nee, 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 nee. Ich hab mir fucking, ich hab mir fucking 8 Runden einen scheiß Platz erkämpft, dann kommen diese Schwuchtel Leon wieder und ranzt dich weg, dass ich 14er werde. Warte. Ja, das wird schön. Mach mir jetzt Pause so. Kann, kannst gern weiter machen, du willst. Ja. Aaron, wieso ist denn ein Batmobile im Pool? Ist halt so. So, aber ich kann, ich kann grad nicht diese, ich kann grad diese, diese Stimme grad nicht mal tragen, ich muss den grad müden. Der hat mich grad zu sehr aufgeregt. Du hast schon gemutet. Leo. Oh. Der ging mir grad wieder zu viel auf den Sack. Doch mitrahmig fährt das so ein, dass wir uns nicht ran können, ich bin nicht doof. Was? Nur wenn du willst, Joe, ich hab nämlich kein Problem. Was? Was? Was wollt ihr so, oh fuck, was wollt ihr so haben für, äh, habt ihr irgendeinen Wunsch? Hm, gar ein Rennen. Ja, was für ein Rennen, irgendeinen Wunsch? Sturmrenner, aber du magst schon nicht diese Autos, ähm, du magst schon nicht diese Spielzeugautos, also such du doch aus, ich geb mich damit zufrieden. Hä, was soll sie denn schreiben, was labert die für scheiße im leistischen Alter? Was für Krankheit? Ja, ist doch egal, aber ist besser. Wie wird es angezeigt, ey, Aron, was laberst du? Nein, ich laber nicht viel, das hast du auf uns schon gesagt. Doch, ich schreibe. Äh, Joe, ich war immer so dumm. Doch, ich schreibe, äh, nicht. Mir wird an, manchmal, wenn mein Zuschauer angezeigt, er dazukommt, mir wird nicht angezeigt, wenn jemand geht. Ach ja. Leerellischen stummt dich jetzt nicht. Jetzt kannst du dir vollkommen knicken, Alter. Nee, Alter, es ging mir grad zu sehr auf den Sack. Der hat mir jetzt schon... Wie viele Rennen haben wir gemacht? Drei. Alle drei Rennen verkackt, wegen dem. Da hab ich keinen Bock drauf. Eins gerne, ja, aber nicht drei. Alle drei, die wir hatten. Ich verstehe ja auch Spaß, aber nicht die ganze Zeit. Das geht mir dann irgendwann auf den Sack. Äh, jetzt schau auf Spielen von Rockstar stellt. Ich würde sagen, Doppel Cache irgendwas. Ist nicht gerade irgendwas Doppel Cache? Kech mich? Nee, ist von... Also mir werden mein Ding jetzt nicht mehr angezeigt. Deine was? Ah, hier ist Doppel Cache. Na, wo fängt das an? Hier. 64, ich mache einfach das, was am besten bewertet ist. Ne, das stimmt, das ist einfach hier. Okay. Okay. Ich möchte es aber hosten, bitte. Colin schreit, wartet please. Auf was denn? Äh, muss wahrscheinlich irgendwas noch machen. Achso. Na, ich hoffe es sowieso. Also ich kann warten, ja. Ah. 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 Die ganze Zeit der Runden, was ich... Keine Ahnung macht. Soll ich oft 20 Runden machen? So tue ich auch. Du mich auch. 25 Runden? Ja, das wäre doch geil. Ja. Für wen aber? vezes die Ecke ich.. Sportwagen Ich beschäftige mich mit meinem Aussehen nicht wirklich Aber das dreht gleich Ich kann mich gleich gar nicht meinen an Fahndungswessel aus Eigene Fahrzeuge aus Aufholen Ja Letzten Platz in den Minieren aus Kann nicht aber so sexy Weißt du, wo kann man denn hier Dings einstellen, dass man sich nicht gegenseitig wegraben kann Windschatten ist Ausstellen Ja Nennt mal ganz schnell an hier treten grad viel zu viele bei Ja ich hab noch keine Einladung bekommen Doch hast du Doch Ja weil du offline gestellt bist Nee hä Bist du auch Crunchpartymitglieder und so einstellen Warum startet jetzt die Sitzung ich hoste doch willst du mich verarschen Ja du hat die Zeit ist abgelaufen Warte So weit treten Ich guck den runde zu Also leo ist drinne Ich hab eigentlich alle eingeladen Doomreiter schreibt jetzt Hä Lad sie jetzt mal ein Ey Was Ey Digga dann schlag ich in die halt vor sie es Ich weiß nicht wer es ist Ich merke das erst wieder wenn sie mit ihm besprechen Er hat gleich wieder bild leute Ja hier ich hab ich hab eingeladen hier die vorgeschlagen Also Aaron er sagt wenn du jetzt ein stummst dann rammt er dich nicht mehr Äh das ist äh ne Äh das ist äh ne Er sagt ne Ne ich glaube er guckt ja mein stream auch das ja Weil das kann ich also tut mir leid aber dann kann ich ein Leo echt nicht vertrauen weil ich weil Tag weil ich weiß ganz genau dass er mich trotzdem rand Er sagt er kann dir nicht vertrauen Er sagt er sagt du kannst du kannst vertrauen Ach das war die kleine map auch da hätte ich doch 10 runden einsteuer Ach scheißegal Ich habe es leider mit berührung gemacht ich wusste wie das ausgeht schon nix da Windschatten war es doch Konne muss zugucken oder das ist ja scheiße Ich hab doch aber alle eingeladen hä und ich weiß auch nicht warum der timer Gedingst ist Wunder Wunder gerattert ja Da ist ein Kumpel von mir schmeckt auch gut hier erst mal Also jetzt kommen wieder 20 leute rein Ja Guten Abend Wie sonst immer auch tag Ich wünsche euch einen schönen guten Abend Ja gut Super Das heißt sie Ja 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 selbst warte sieben Jahren Nein auch digger Sieben Jahren Ja Nö Schlecht Du hast der Unterwächer zu was an Die extra dafür gemacht ist War geiles Wetter Ja außer Montag Dienstag Mittwoch da war absolut nur Schnee und alles hast du gar nichts gesehen es hat keinen Spaß gemacht Ich hab wie ich hab fast 100 km h geschafft es war scheiße ich hatte nur 96 Oh Kritisch Kritisch Direkt vor mir und fährt gefasst in schi rein da hatte ich irgendwie 70 oder sowas drauf hat mir auch gedacht ja danke Danke fürs krankenhaus Danke fürs krankenhaus Schon reserviert und reserviert oder was artiger warum habe ich mir jetzt wieder getritt Ja Ja Die team doch hier die 2 die team doch die team doch ganz sicher das sind zwillinge diesen pink Das ist gut Das ist gut glaube ich 15 geschafft wurde mir angefolgt Das ohne anstehen Das ohne anstehen Das ohne anstehen Das ohne anstehen Beineitung angenommen sind zu gucken wenigstens Ey ich bin mal erst das habe ich ja nie Mit Cloud schon wieder jemand mit Schatten Ja der Typ hier Toastie Alter So ist hier Ich hab jetzt gerade ne Ja mach das Ja genau Ja Du hast halt 200% geschafft Prozent ja natürlich als Kämpferi um Ersten oder Träger wie du tritt es schwer die Stürmer der Kapitaler Prozentscheid er ist nur ein eine andere um die Kostetik in der Nähe der Füße und die gar jetzt klaut hier schon wieder jemanden windschatten ich würde sagen er kommen 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 anbieten ich werde so selten erster bitte es noch der eine hier vor mir aber ihr habt gleich wieder bilden nur kurz und kommt vorlesen kann die Arme in der Höheper wird mich wieder abwehrt also ab die die Sünden von der Aprik ja 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 auch noch eine Runde Scheiße der Zuhörer wieder jeder die hat es heute auch mitspielen jetzt habe ich mich wieder komplett gibt also waren genau als er guckt mein livestream an also ich war so ganz leicht schräg will umlenken und da dreht sich das auto wieder komplett im kreis und ich schaue schief her sehr gut nach ich bin mal so weit gesprungen dass ich meine bindung am aufgemacht habe ich dann einfach weggebrochen und mich jetzt gemäult ich hätte jetzt bin ich ganz in locker 20 meter geflogen ich bin einmal voll ich bin einmal so eine schanze hoch hätte ich mein helm nicht auf gehabt alter wäre ich gestorben ich hatte eine gehirnausschütterung und ich wusste danach nichts mehr so lustig habe ich mich halt so weit vorgelehnten da bin ich voll auf den kopf gefallen ich hatte nicht so glaube ich hatte gestanden das regt mich auch ich bin einmal so eine schanze halt gesprungen so und ich habe mich halt so weit vor also wenn du dich nach vorne lehnt dann gehst du halt nach vorne wenn ich nach hinten ist gehst du halt nach hinten so und ich habe mich halt zu weit nach vorne gelehnt und dann bin ich voll nicht auf dem schieren aufkommt sondern voll mit dem kopf und ja und hätte ich nicht auf gehabt dann ja ich jetzt nicht mehr hier okay aber dann wie es schumacher gemacht wir sind jetzt fertig ja es hat zu ende gegangen gefällt schlecht das war auch absoluter trick schon wieder ja wenn wir gleich können gleich einladen warum sagen immer alle daumen hoch das war scheiße also ich spiele nicht mehr nie alter können das jetzt alleine spielen ich bleibe einfach stehen jetzt machen wir diesen tracks rc banditoren bist du eigentlich bin ja mal ja ich habe keinen bock auf rc banditor weil das absolut krebs den zu fahren das ist ja mal er hat hier von dem ich ja gar nicht sprechen los was du meinst warum ja muss da können ich glaube ich mit zehnminütige Folge draus machen aus allem als schönes das es soll ich brauche gehen nein kann ich nicht also leute ihr könnt einfach über freunde gehen dann auch nicht so sie dachte ich wieder ein ab das war gut klar und dann müsst ihr uns auf uns mit der freundlichen beitreten weil ihr wird aufländerte einladen ach ich weiß warum ich habe ich habe aus Versehen vor und schnell start gedrückt ich lade alle in der party ein ich habe alle in der party eingeladen ich habe doch schon alle in der party eingeladen c brezel king hat auch schon einladung ja das ist so ein tracks banditoren ich habe da kein bock drauf kann ich nicht fahren das absurde krebschen zu fahren von der ich immer noch nackig an bei der von broder von flüssig war der von froder fürs leben nicht doch jetzt kommen warte auch kommen weil die ich ja danke los geht's und dieser tracks er hat sie bandit oder das dachte ich mir auch gar warum stimmen eigentlich immer alle für den bandit ob das ist totaler krebschen zu fahren alle der trifft es so der hat der hat der hat null halt der hat scheiß null halt alter scheiß null halt aber er hat sich aber sehr schnell kommen wenn kommt auch vorlesen können danke m m m r vor allem nicht wo ich kann nicht bei mir gibt sich die Einstellung Berührung ausmachen ich würde so gerne das machen dass wir uns nicht berühren können weil es absoluter krebs ist dann noch so nicht nicht mal anfassen aber ich habe es aus ich habe was da gar nicht ausgestellt das gab es da gar nicht als ein schalte nach einer teil ja ich habe das gesehen deswegen hasse ich das alte das war ein kleiner kacke bootstein alle haben mich gerade geraden ja einer hat nicht gemacht oh ne ich habe Windschatten angeaucht ich bin noch so doof geil okay ich bin verrückt das Ding mit Windschatten das hat er dann gar nichts mehr das ist ganz kommend davon ich weiß gar nicht was du meinst ich habe doch manchmal gar nicht diese helle Stimme auf einem der der die manche wollen hochkommst vom Rücken ja alle hat er eine Kostakten um 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 ist das felix von der laden geil mach mal werbung digga wieviel wieviel jetzt jetzt kratz mit der nase spiel bitte nein sie kratzt ach du bist es so sie lacht wieder ab nicht orangen haben mich ja und dann ist noch eine dritte runde weil ich konnte nicht weniger als drei einstellen leider das wenigste waren drei eben sind lecker nun sind lecker ja wer ist hinter mir wer ist fünfter ich hab dich gar nicht berührt ich glaube du hast du hast du gesagt dass ich manchmal stimmenbruch bin lassen mich alle kann ich noch nichts dafür die schule sollen wir ihre klappe halten ja soll ich dir auch so chat verlauf zeigen das zeigt mal wen wen nervt alter wer wen nervt so rum ja ich habe gesagt ich habe gemerkt ach so ich habe gar nichts gesagt nicht schön also ich bin für euch habe meine ruhe hier ist niemand welcher welche plätze seid ihr digga warum bist du erster ich dachte du kannst du kannst du nicht fahren warum bist du dann erster ja ich bin dritte da ist auch die wands weg gefahren nein der club gewinnt schatten ist mein wünsch hatten das ist dann ernst die weg sogar das die weg ich brenne wirken digga jetzt kommt uns so entgegen nein ihr scheiß burtstein alter hör auf mein mitschatz zu gehen das irritiert mich gerade digga wenn du gegen burtstein fährst fliegt das ding zehnmal weiter weiter weg ja ich weiß ach so und übrigens falls mir gerade irgendjemanden chat schreibt ich kann es nicht lesen ja also ich würde einfach sagen wenn wir hatten hat irgendjemand noch euch vielleicht punkte mission oder irgendwie sowas ja dann startet doch dann können wir das auch mal machen oder hat irgendjemand casino heißt oder vielleicht das spielhalle das wäre geil das spielhalle kaufen du würdest so viel kohle damit machen du dann kauft ihr mann nicht oder wenn du es willst natürlich die spielhalle ich kann es ja leider ich kann mir leider keine spielhalle kauf bei mir ist verpackt bei mir gibt es kein spielhalle im spiel nein das wird der automatisch durch und lässt sich ein geupdatet der 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 ich weiß ich bin einfach nicht in denjenigen ja auch was geht da hinten schade sind Prozent ja auch du schreibst mir um 22 Uhr guten Morgen Häh? Hab ich da, hab ich nicht gute Nacht geschrieben letztes Mal? Oh fuck! Äh, warte mal, gleich gucken... Warte mal, äh... Äh, äh... Hä? Wann hab ich, äh, 22 Uhr geschrieben? Ah, hier! Nee. Digga... Scheiße, Johannes! Ja... Ah, schon zur Klasse habe ich gelesen. Ah, hier! Loris! Wir müssen nochmal mal Beinebasis machen. Hä, wer hab ich dir das geschrieben um 22 Uhr? Leo, schreibt Colin, du hast bestimmt wieder wegrannt. Warte, ne, auch nicht zu nennen. Ach, also Leo hört mich ja gar nicht, ne? Ah, doch... Ich war ein Stau hochgegeben. Ah, Scheiße! Denn lass mich gegen den Scream laufen. Lass mich... Lass mich dich in den Scream laufen. Mach Casino, mach Casino, mach Casino. Also Colin schreibt, Leo, dein fucking ernst? Ich geh jetzt hier raus, hab kein Bock mehr, tschüss. Also... Ja, Loris, guck jetzt mal raus und machen kann. Hab nach Club, schreibt Colin, ja, da kannst du aber keine Richtigmision machen. Leo, Aaron, entstummeln! Nein. Ich entstumm dich nicht. Was? Soll ich jetzt, äh... Ja, machbar. Wegen... Vielleicht kommen wir ja heiß... Ach, heiß, sag ich schon. Äh... Spielhalle machen. Äh, heiß, äh... Danke. Äh... Was? Danke, Aaron. Ich hab dich jetzt zwei Rennen in Ruhe gelassen. Alter. Der hört sich nicht. Du hast ihn nicht. Er hat mich entsturmt. Oh, fuck. Ich will leften, hallo! Leo schreibt Aaron in stumm... Nein, Leo ist entstumm dich nicht. Hä? Aber nur eigentlich. Ich hab erst mal gesagt, dass ich nicht ein Sturm werde. Colin, das... Colin, das ist doch gesagt... Ah, Leo, falsche... Oh, Leo, als man leistig guckt, dann stumm dich erst mal noch nicht. Ich denke, ja, der hat sich ganz... Die laufen, das hör ich. Colin, wir sind doch ein Team. Colin, hab nach Club und eine Base. Okay. Ich hab... Ich hab... Ich hab eine Base. Und ein... Ich muss erst mal kurz und gleich auf Clans reingucken. Ah. Ich hab... Wie heißt eigentlich der Clan Aaron? Aaron... Hashtag we are family. Das war ein schöner Name, fand ich. Hashtag we are family. Wie viele Trophäen braucht man? Äh... Wie viele hast du? Ach so, okay. Können wir reden? Was? Was? Ich hab 99% geschafft. Ich... Ich... Ich such das Spiel zu 0%. Wie viel hast du? 600... Kurz vor 700. Aber du musst wenigstens wenn... Du musst wenigstens einmal angreifen, dass du immer deine Liga behältst. Weil, wenn ich... Wenn du inaktiv bist, musst du dich leider kicken. Ich bin nicht inaktiv. Ich bin eigentlich täglich online. Du musst viel rein. Wir haben auch. Hashtag we are family oder Hashtag we are family. We are family. We are family. Also nochmal A dazwischen. We are... family. Okay. Hab verstanden. warte dann stehe ich schnell die pokale runter so steck die leute sind bei euch in der sitzung ja kommt zu mir ich bin bei mir sitzen ahnung was jetzt da für bunkern ist du hast du nehmann leon muss kurz ich trete mal los dir nebenbei weil du bist der freund eine spielhalle Prozent in Boren kann er Läder ihr solltet ich meine ich werde ich habe am Mittwochen bringen die weiße sein wir hast es jetzt machen aber wie ist der Name der Schöpfungszahrende Gamer alles ich hab ich bin mit wochen hier von der Schule weil ich hab Augenarzt damit um doch mein ehl du musst mich da noch einladen ne warum ey ich bin einfach aber boah mein ich hätte mir einfach gewinnen können hm hier ist so an beitreten hast du es jetzt mal ja ah Leo hecht gg ja ich hab mein Account ernsthaft ja und ich hab trotzdem so ein niedriges Level ich hatte einen anderen Account da hatte ich maxed out aber dann ist mein Tablet wo ich maxed out so kaputt gegangen meint das auch gut und seitdem spiel ich nie wieder Clash of Clans oder hab ich selten mal angehurt äh kann ich gar nicht weil du bist du oder du bist doch schon bei mir oder ja du bist schon bei mir ja 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 ich hab keinen lassen zu sein ich wollte zum Casino fahren guck mal bitte mich an Leo ja äh äh ich glaub deine Sitzung war voll ich hab das grad nicht direkt durchgelesen aber ich glaub dass deine Sitzung war voll ja jetzt nicht also eigentlich nicht lad mich schon einfach in die Mission ein da komm ich da auch dann gleich deine Sitzung äh das sind doch unsere Open Word uns zu hören hab ich doch gegen Röpferloof nur grad gesehen ja auch wird halt ja 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 vom Dinger spielhalle doch spielhalle ja dann ja dann muss er mir auf eine Logik sein es geht nicht der Stand Sitzung ich glaub der Stand Sitzung ist voll ich hab ich hab das jetzt gar nicht direkt gelesen ich glaube ich hab da aber irgendwas mit ich bin ich bin sehr stark ich bin der ps lobby ok ich bin in das lobby der hohlenkrebs lobby ui aaron ich hab dich ja extra nicht weg gerammt ich hätte nicht so können aber diesen einen rennen mit diesen ganzen rampen und so weg gerammt was meinst du achso jetzt das gemacht dann hätte ich dich gar nicht mehr stimmt es ist mir klar wie es wieder auch ist ich bin halt strenger und lass mich doch sehr böse sehr böse junge dicker was ist denn mit deiner lobby los alter ich hänge irgendwie schon zehn minuten landescreen fünf keine ahnung zwei er will mein gta hat sich jetzt aufgehangen dann lache ich wohl jetzt wenn ich so gut für den stream deswegen ja es wird ein bisschen sonst wird sie ja nicht interessiert auch das vergesse ich durchgehend ich habe mein dingens mehr kommt es nicht im blick spaß haben party ich will mein sie und das reicht mir und ist sechs die frau umgehofft ist die nacht und ich wollte dich ab mit meinen prämien reihe zieht zu schreibt bei er bei schluss in die nacht kann ich jetzt ein glück ja ich geh grad raus erstmal 1 millionen appartement da ist nur presser ich weiß nicht ob mir das wird ich sag dir das ding hat viel gekostet ich habe ich glaube nicht das spiele hallo kaufen was wir aber wenn ich die press aussehe krieg ich direkt jetzt äh bin ich jetzt bei euch oder nicht oder ja ich bin bei colin drunter zumindest ist colin bei euch in der lobby luxus ticket hä digger dann lad mich doch ein so richtig alter min ich war jetzt in meine garage ich habe schlusswort so warte wo bist du bist du bist du du bist ja nicht mal auf meiner freundschaftsliste enthalten ich kann mir gar nicht unter freunde beitreten ich habe noch das casino auto was man aktuell gewinnen kann aber jetzt kann ich jetzt komme ich mit warte mal doomrider jetzt komme ich mit premium auto raus das könnte sich aaron niemals auf dem schrottplatz leisten ich muss umziehen tut mir leid also lad doch schneller spiel aber das tut dir ich glaube ich kaufe mir das tut dir auch safe call leid ich muss umziehen tut mir leid ich muss umziehen also eine garage ich muss umziehen lass mich muss umziehen ach scheiße also ich kaufe jetzt eine spielhalle ja mach das daneben wir mal treffen weil er musste kurz nicht erkenne die auch mögliche schritte leiden was noch traurig ist immer an das eurem motorrad-club und so raus ich lade euch jetzt ein ich bin doch nicht mal in deiner lobby ich bin doch mal locker ich bin nicht mal in deinem lobby drinnen ja dann berichte ich dir wenn eine rausgegangen ist jetzt bin ich drin jetzt komme ich gerade rein was war denn gerade los mein controller lebt doch jetzt kannst du mich einladen gerne ich habe jetzt so eine lobby ist wohl bei loris ist es sind so viele drinnen ja aber muss man auch noch mal so bin ich ich habe loris ich kann mich echt nicht konzentrieren wenn einer mit mir redet wenn die zehn leute quatsch lebt uns ein loris also du musst erst mal warte loris ich will mit die katzen anziehen ich habe das noch bei paluten gesehen warte noch loris bevor du in die halle reingehst ja ich muss welche kaufst du ich habe die billigstie und wahrscheinlich du die kaluten hast ja keine ahnung ich habe einfach die für zwei gekauft also hier ist auch hier ist auch so ein roter typ das heißt jetzt jemand fast spielverderber loris erklär mal bitte welche du die gekauft hast wo die ist ja wahrscheinlich die in paluten hat keine ahnung die in paluten ist ah warte ich gucke in livestream warte ich gucke in livestream warte jetzt kauft dass ich es meist denkt er hat sich die warte 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 er hat sich die gekauft die links an diesen golfplatz ist da die daneben neben den golfplatz ist also neben dem äh hier bei dem tennisplatz und bei der filmkamera und sowas jetzt sind eigentlich alles in meine dinge hallo ist das noch für eine karre meine was mädchen er ist jetzt eigentlich noch alles hier mädchen ja aber da kommt wieder ein jet wir stimmen wie in einem Motorradclub Aaron nein will ich nicht ich muss übrigens gleich auf K bisschen länger haben die auch noch einen Motorradclub komm her Aaron du nahme Ente komm, trau dich was wo? komm her ja das war irgendwie traurig er ist ein ich habe keine Einnahmen bekommen ich habe sie gesehen aber ich kann sie nicht öffnen darf mich bitte ein nochmal ja mach ich du bist gestorben ich dachte ja nochmal drüber fahren wo ist das denn äh noch mal einladen bitte bleib mal stelle ich mal hinten dran ja aber das noch mal machen na du musst das du musst das entstehen machen als muss darfst du dich nur hinstellen du musst eh gleich aufkeist von daher bringst du eigentlich nix du musst da runter du musst da runter sonst geht das nicht endlich nein scheiße ja komm doch her was willst du leo ha 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 was ist dein Problem ha 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 meine Tür ist hart wüsst ihr nicht wie teuer die war oh nein bei der Rostkarre 3 Euro nein nein jetzt kommt dir noch so ein anderer mit Batmobil ja kommt jetzt er kommt die Katze alleine an das Bett ich will zu den anderen Bettmobil hi na bist du da bist du da ja das angriff der pädophilen ja lad mich ein Norris ich bin schneller als der ja easy wollen wir jetzt schnell die Basismission machen du meinst Spielhalle nein äh wie soll es machen hä was denn jetzt nur mann der Loris ladet doch jetzt mal ein oder was denn jetzt nur ne ich bin Karte gespielt ich habe einen Karte vor der Tür getötet scheißegal achso ich will mit die Karte hinsehen ey ja jetzt hast Pech gehabt nein scheiße äh das kümmer ne nein das andere kommt pass auf ey lass dir in Ruhe woher der ist nur so kumpel und hey du Aua ey der hat gerade geschmissen jo aaa warte 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 guck mal mal ein live stream ich bin verbracht ich stehe da zweimal Aua Hilfe ich werd gemobbt Hilfe ich werd gemobbt ich hoffe du hast Eigenbeschüsse an Loris nein nicht mehr ich hatte es bis jetzt gerade eben noch an scheiße machs nochmal an bitte nein guck mal ich bin so verpackt guck mal mal live stream ich dir ja zweimal Aua Aua hast du an? Aua nein aaa du sollst mal Colin einladen laden ja mach ich gleich ich kann nicht mehr auf den oppressor gehen weil der irgendwie auf der seite liegt ja aber ich hab polizei die knall mich da während wir sind ab nein ich sterbe die mobben mich i'm dead i'm dead Colin Colin schreibt ladeschlange wartefach ladeschlange warte schlange meine ich Perfekt so geht's ja im bettmobil noch ok lebt das noch? gut paar mehr du was willst du du großer du großes opfer tschüss oh hallo sorry tut mir leid was willst du ne doch es geht wieder der arme boah so 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 warum musst du für diese rostlaube 1800 Euro bezahlen also Loris ich kann euch nicht joinen weil irgendwie eure Sitzung ist voll äh ja jetzt gerade diese Folge weil diese kopf ich muss jetzt afga Loris hast du uns eingeladen äh ja eh es kann ich euch einladen weil sie spiel alle ach ich bin so afghanschiss endlich ciao leo was für endlich wie du noch so eine übersteuerte Stimme hörst was für endlich das ist das ist das ist cool ich bin jetzt ein der spiel alle der karte kann man ja auch zocken weißt du es ist nirg und jetzt muss ich äh bitte ersten bitte nicht läster bitte bitte einfach nicht läster wenn so ein Katzen kommt oder hast du was gestartet Loris hallo ja toll jetzt brauche ich mein Auto kann ich bei dir hinten drauf vielleicht was ist das denn gewesen scheiße ähm so ja 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 du musst zum punkt äh wie wer hat anvisiert wer hat an ich finde dieses Auto was Panzerung betrifft so scheiße wenn das 100% Panzerung hat ja hält das eine Rakete aus äh ich saß grad neben dir nur so wer hat an 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 dann geht irgendein Gegner impf dir wenn der Typ meiner Präsentier dir ich ich es warum immer ich dich das ist keine Einzelsport d du steckst natürlich zu den Ausstundenversagen er hast du bist jetzt schon ohne uns dahin gefahren das wird doch wo sind er jetzt müssen wir jetzt entfahren er hat bitte noch nicht hin ja wir müssen alle dahin scheiß bullen ach da am arsch der welt ist der alles klar ich bin aus hinaus gestiegen nein er ist direkt neben mir neben mir wie kann man aus verstehen ich wollte eigentlich karte drücken bin habe drei gedrückt keine ahnung warum ich bin direkt neben dem fahrzeug ganze lobby steht nur aus loch seiner gang kommen die gruppe 3 cent pro tag ich muss mich gleich mal woanders hinsetzen weil ich habe aus Versehen ich merke gerade ich sitze gerade gar nicht mehr das im chat lesen kann ach da ist der transporter warte ich fliege auf den ich lande auf den ich bin über euch hallo ich lande gleich aber warte ich warte ich schramm den weg 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 da ich schramm den die jungen warte ich habe auch auch ich ich wir müssen wir alle geben hinterher denn es sich hinkriegen Tötet doch mal den Fahrer, als ob ihr sieben Gelbautos nicht hinkriegen und so doof sind. Ja los, ah, fuck. Nee, ich hab grad nur ein Problem. Ja, ich hab ihn los, tötet den Ziel. Raus, hin, raus, hin, raus. Du sollst ihn rausziehen. Alter, das hat doch ein Kackproblem. Raus. Boah. Hä, warum hat er den Flügel nicht ausgetan? Bist du Tryharder, schreibt PvP Laser? Nein, bin ich nicht. Loll. Warte, ich helfe euch da raus, geht weg. Warte, ich, warte, ich, hallo. Komm jetzt her, uhr. Wo musst du das da hinbringen? Ach da. Du kommst da niemals hin. Nein. Nein. Nein, scheiße. Nein, 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 nein. Geh weg. Nein. Nein, nein, nein. Nein! Scheiße! Alles dämischend! Also, ich mach' raus. I want to leave you where of... Ciao! 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 Ja, warte. Na, alles gut. Ich hab' nur Spaß, wirklich, wirklich. Ist jetzt noch eigentlich irgendjemand wieder reingejoint, warte. Ich war da für jeden eigentlich. Da heißt jemand, ich bin die Omi. Die will ich in meiner Ferienhaben. Oh. Ich schließe dieses Auto. Nein! Ja, äh, das war's dann auch schon wieder damit. Ah, okay, kommt trotzdem noch raus. Loris, kannst du jetzt mal... Rambucky. Kannst du jetzt mal starten, Loris? Oh. Ja, viel Spaß, da rauszukommen. Loris, start mal bitte. Ah, jetzt sind die Automaten aufgebaut worden. Ja, ich will zocken. Ja, ja, komm, lass da rein in die Spielhalle und lass zocken, alter. Scheiß, Polizei, was wollt ihr denn? Scheiß, egal, aber ausprobieren. Achtur, du hast dir gekauft, wo Paluten auch drin ist. Scheiße. Jetzt klauen die mir... Das ist auch so dumm, dass die so ein Bettlobier sich ins Polizierrevier stellen. Äh, ja. Loris, wo ist der Eingang? Oben, unten, links oder rechts? Ja, leider. Nein, Angst, hier. Aber ich hab grad schon wieder eine Katze. Spielehalle von STLP, ja. Genau den. Karsten, warte, ich bin gleich wieder da, Leute, ich muss mal schnell winkeln. Ja, ich bin rein. Warte, ich bin rein. Warte, ich bin rein. Ja, ich bin rein. Das ist kidding. Ja, ich bin ganz sicher. Und jetzt bin ich für die Socke. Und jetzt? Warte, ich gehe jetzt vor. Komm, ich gehe jetzt da aus. Warte, ich gehe jetzt nicht raus. Komm, ich gehe jetzt hier. Ja Ja Was ist das? Was lässt, der Hecker hat gegrinst, und hat keine Ahnung, Johannes und so, seid ihr noch da? Ich bin wieder da. Er heißt immer noch Aronchen. Kann man das überhaupt abschleppen? Ja, kann die wollen das überhaupt wegmachen? Ja. Aber mein Rocket wollte, kann sie nicht beschlagnahmen. Verstehe ich. Ich rufe gerade meinen Rampen-LKW. Wollen wir die Stadt terrorisieren, oder was? Aber Aron... Er ist nicht da. Ach so. Er hat ja gesagt, er musste so viel Geld für meinen Ultima bezahlen. Dabei waren das doch nicht mal viel. Ich bin hier die Rampe und ich du. Hallo. Hallo. Alter, ist bitte hier. Und dann kommt man raus und wird gleich dann schon unten gegrüßt. Da, ich brauche es. Ich brauche es nicht, weil du... Ich brauche es nicht. Hallo, 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 hallo. Irgendjemand... Kann ich bei dir rein, Ram-LKW, bitte? Ja, kannst du, Aron. Mein LKW, weißt wieso mein... Ey. Aron, weißt wieso mein Ultima so teuer war? Machen wir... Machen wir die Mission jetzt, oder? Ja. Wo, 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 wo? Welche Garage? Was machst du? Ey. Ich hab die Passanten nur nicht. Na warte, alles gut. Ey. Die... Sorry, mein... Mein LKW hat ne scheiß Bremsung. Ey, jetzt wollte ich... Hey, wo steht denn der? Da. Ja. Ja, sehe ich. Wir müssen... Wir müssen jetzt mal die Mission machen. Irgendwann kann man hier auch... Dankeschön übrigens, irgendwann kann man hier auch Missionen von... Dass jeder in der Mille und so bekommen machen. Was spielt alles? Dann Booster. Los, das müssen wir machen. Ein Foto vom Haupteingang. Da fliegt's mehr, oder? Ja. So, ich schick's grad läster. Herr LKW-Fahrer... Ich bin... Äh, nein, nein. Oh nein. Oh, ja. Ich bin... Herr LKW-Fahrer, ich bin flacher als sie. Ich weiß. Aber wir haben auch mit... Oh nein. Ich bin glaub ich gerade. Ja. Müssen wir das Casino betreten. Müssen wir das Casino betreten. Ja warte, wir müssen zum Casino. So. Ja, mach. Gut dich nicht. Gut dich nicht. Tschüss. So, was jetzt? Da fliegen ein paar Autos jetzt nur so. Ah, da fliegen ein paar Autos. Ah, ich seh sie. Ey. Und der LKW fliegt da auch noch. Ey. Fliegt mir keine Karotze. Ich werd gemobbt. Ich werd gemobbt. Und jetzt fliegen wieder Autos. Ja. Wir wollen jetzt ein Luxus. Ja, der ist cool. Ich mach mir daran, wenn der LKW im Meer ist. Ich hab ein Takola... Ich hab ein Takowagen weggelegt. Digga, ich bin grad am Casino angekommen. Und dann ist Loris fertig. Ach ne, ist doch nicht fertig. Ich kann da grad nicht rein. Ja, weil du so schlecht bist. Hä, Loris, wie kann man da rein? Einfach ganz normal ins Casino rein. Nein, das geht nicht. Ah, jetzt. Jetzt kann ich rein. Ich bin drin, ne? Und nein, ich bin kein Trialharter, weil der eine das gefragt hat. Ich bin im Kastenfeld. Was ist ein Tastenfeld? Sag mal Hux. Sag mal Hux. Was ist ein Tastenfeld? Weiß ich nicht. Sicherheit in Richtung. Ja, die Tür ist weg jetzt. Keine Sorge. Warte, was ist ein Tastenfeld? Da ist der Ram Burkis. Ja, sorry. Rigg dich ab, Josi. Hä, wo müssen wir jetzt hier drinnen hin, Loris? Ich bin jetzt drinnen. Ja, wir müssen irgendwie den Tastenfeld finden. Ein was? Tastenfeld. Findet die folgenden, äh, und schicke, hast du schon die Wachen, Tür des Tastenfelds? Ja. Ja, was ist ein Tastenfeld? Da fliegt wildes Bild. Nein, da stand, äh, wir müssen Wachen fotografieren, Überwachungskameras und Tür des Tastenfeldes. Ach so, okay, ich habe hier auf jeden Fall schon mal eine Überwachungskamera. Ja, da habe ich schon fotografiert. Ach so, okay. Hä, und wo soll hier so eine Tür sein? Die dann, dann hier irgendwo hinten, Loris? Irgendwie, ah, du hast schon? Nö. Hä, aber da hat gesagt, guardet. Kommst du mal, Loris? Wenn, dann ist es hier irgendwo hinten. Ja, ich will, ich mach einfach gut, oder? Na, ich will, du kannst ja mal hier hinten mit suchen. Ja. Weil, wenn, dann wird es nur irgendwo hier hinten sein, in so welchen Enggängen oder sowas, wo du nicht so einfach hinkommst. Man, ich wollte eh das Leben retten. Ja, habe ich auch gemerkt. Hier, ich habe den Rollstuhl mal angehen gebraucht. Können ihr mal, ihr könnt ihr zweimal mit reinkommen, nach so einem Tastenfeld bei so einer Tür suchen? Ja, er hat es, er hat es. Hey, wo warten das? Ah, keine Ahnung. Äh, spätes Casino weiter aus und verlassen es. Ich bin die Rampe, du. Komm. Nee, schüss, ich bin weg. Warum bist du angezogen, Loris? Keine Ahnung, ich wollte. Kann es sein, dass du willst? Ja, ha, das stimmt. Da hat sich jemand gesnackt. Nee. Verlass, er hat die im Casino drin ist in das Casino, bitte. Ja, ist er. Ich bin kein Trey Harder, nein. Alter, ey, geil, wenigstens muss ich jetzt nicht zu Hausdäumen sein. Ey, Ultimer, hier, ich hab den wieder richtig hingerichtet. Alja Man sitzt ja wirklich kaum Oh, liegt er aufm Kopf Geh da wieder hin Oh Gott Da hinten fliegt ne Schwucht Kannst du mal bitte den RAM-Buddy neu anfordern Wo? Wo ist der? Wo ist der? Ey Ich will hier unten Scramjet weg ran Die müssen zum Rückseite Mach ein Foto der hinteren Sicherheitstür Geht mal jemand hin da und fotografiert das Ah ja ja Danke Das schießt mich ab Was schießt du? Wir müssen das Gebiet verlassen Aaron, was kannst du eigentlich? Ich komm runter, wer auch immer da unten ist Äh, wie soll ich das Gebiet verlassen, wenn ich hier drin ist dacke? Äh Aussteigen Nein, nein, ich komm Alles gut, ich komm mir doch raus Bam Baaaaaah Ja, tschüss Leute Leute Verlass mal mit das Gebiet alle Geht nicht bisschen schlecht mit zwei Reifen Verlust Warte, ich helf dir, wo bist du? Warte, ich helf dir, wo bist du? Ja, warte, ich komme, ich bin jetzt draußen Jetzt, wir fliegen wieder Autos Yeah Ja, okay, was denn zu ihr los? Aaron, ein neues Traumauto Grand, Bubi Ich finde ihn lustig Vor allem, ich kann auch so ein Bus wegrahmen Wie bist du da oben hin gekommen? Was? Was kannst du eigentlich? Hey Angestellt Digga Warte, warte Äh Ey, ja, wenn er mich nicht wegkramen würde, dann gerne Das geht nicht Oh Gott Digga, was hast du hier gemacht? Soll ich wieder richtig rummachen? Ja Ah Okay Ey, was mach? Och Mann Er hat mich gerammt Ja geil, jetzt ist das Ding und neu explodiert Alter, voll in meine Fresse Das hat er sich dir lachen Das ist ja, was ist das? Das hat er sich dir lachen Das hat er sich dir lachen Das hat er sich dir lachen Zu hause schon mal auf deinem Nacken Ey, was rennst du in meine Rampe? Willst du fahren, Aaron? Kann ich Willst du fahren, Aaron? Bleib liegen Bleib liegen Bleib liegen Nein Niemals 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 Du musstest reinfangen Das muss ich mir noch überlegen Das muss ich mir noch überlegen Nein, nein, warum ist Colin eigentlich nicht mehr gefahren? Äh, Colin, laden wir nochmal Colin ein Hallo Ja, wir haben nicht Achso, wir sitzen hier Ja Oh nein, ein Abfucker mit Panzer Oh nee Ich hab jetzt schon wieder kein Bock mehr, alter Oh Wer hat's Tom Salami Wo ich Spieler Wer jetzt auf dein Profil gehen Tom Tom Wie er so süßig nach diesem Bettmobil ist Oh, das Bettmobil Ja Äh In Oh, сможert sich kein Oh geile Anime و In im Casino folgen ja spieler Halle ich will ich will spielen es wird Geld geben ne ich will spielen in der Aufwärm ich habe euch alle meine Dinge eingeladen ich auch super aber ich bin drin, lass zocken jetzt gar nix ist immer die Greifmaschine ich zahle was hier kommt alle her kommt her ich zock das jetzt nein es geht schon 1997 alter geil das ist ja geil spiel im spiel ich lieb das immer wenn das so ist Denguars Edition ich bin 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 mit ja loris gern den anderen du musst marken markus sein die kollen ist markus ok kam wir zocken kann auch nicht ach so ich muss ich alle option an option drucken ob option leo du musst option drücken ich bin das denn ja was müssen wir machen keine ahnung wir müssen die straßen mit spiel und es gibt auch waffen wer 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 bin ich ich bin blau was ich bin gelb ja verfolgt ja die können nicht überfahren mit wie man normalerweise schießt nein 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 leute morgen weitermachen ich bin 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 wer ist der grüne dann das ist das ist der 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 wir ganz getötet hat das ist der grüne dann die 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 rechts insert bin oder sowas Wurde ich jetzt gekickt weil irgendjemand eine Mission gestartet habe ich auch einen Dollar dafür bezahlt Ja, Loris hat gestartet, also Loris habe auch einen Dollar bezahlt, hakt's Weiß ich nicht Ist ja immer ein anderes Auto Ey, der klaut mein Batmobil Ja Warte, ich mach nur auf Freunde Fahrzeug Ja, er ist draußen Steig ein Hier, komm her Oh Ja, perfekt Hier Perfekt Tut mir leid Von Meadow Das heißt Liga Ramp Buggy Ich hab doch auf jeden gestellt Wo, wo seid ihr? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Lores Lores Nein, ich will mitmachen Nein Ui Ich bin auch, ich bin auch auf dem Dach Und ich glaube, ich komm hier nicht mehr runter Warte, Loris, Chef hier, ich komm Na, wo Loris ist Ja, ne, wir müssen nur die Cops abschütteln Also alle Lester anrufen kurz Ich bin auch auf dem Golfplatz Perfekt gelandet Ah, hier steht ein Oppressor, kann ich ihn haben? Das ist so ein Orange Ich kann nicht anrufen Ich kann nicht anrufen Ja Und auch Lester muss funktionieren Nein Doch Wenn er bei dir funktioniert bist du Hacker Ich gucke, warte Ach Lester Der lästert immer Lester Schwester Lester Schwester Bei mir funktioniert Ich hab keine Sterne mehr Halt dich Hatte eine Million Äh, zwei Millionen sogar Nee, jetzt hat er nur Nur Gerechtigkeit Ja Das geht nicht Du musst dann noch Die Hauptperson kostet dich Kostet dich 100 Millionen Alter, hier komm ich uns Wattwagen Nein, nicht das Wasser Nicht das Wasser Oh, die Pulser ins Wasser gefahren Intelligenz So, ich fahre es wirklich Nicht das Wasser Nicht das Wasser Die ganze Zeit zu Jams Kirste sich fast und zwar Verfliegt Leute, ab zum Casino Ab zum Casino Ab zum Casino Warum Warum Ich habe das Spiel Ne, bei mir steht schüttelt Achso, dann Gehe ich schon mal Richtung Casino Wenn das so ist Bei mir steht noch Ich muss noch die Kops abschütteln Bei mir auch Weiß wieso ich sie nicht abschütteln kann Weil meine Rocket Weil ich so unfähig ist höher zu fliegen Um aus sich die hässlichen Golf Salons verfliegen Leckt mich Bullen Ich rammer euch einfach Leute, die gelbe, die gäng Leute, die gelbe Crew lustig auf Warum? Ich habe nichts gemacht, der hässlichen Bullen Du weiter warst du einer der brothers for life hatte Ich war Ah, wir waren die vier, alles klar Sieht euch aus Zieht euch alle aus Wir haben das doch alle Wir haben das uns doch alle vier stechen lassen Was? Also Ja, das war ich Die Bullen Ich muss mich nackig machen Ja, wenn du nackig Wenn du nackig bist, wollen die dich halt nicht mehr sehen So und dann Ähm Ja, jagen dich nicht mehr Ich kann nicht in mein Scheißhaus Dieses hässliche Casino Das erkundigt werden muss Es ist ein Casino Mann, ich kann die Bullen nicht abschütteln Ja, alles wegen euch, ne scheiß Passanten, alter Ich glaube, ihr arm hoch hast du Was ist euer Problem, hä? Äh 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 Ich tönte alle Äh Ein Scheiß Bullen Kommt hier Ich würde den keiner vermissen, Aaron Kommt hier Spuck sich um, Junge Ich glaube, sie würde dir eine Kreditkarte klein und Big Macs zu kaufen Ja, glaube ich auch Ich habe noch gar keine Kreditkarte, was willst du? Stimmt, du bist ja noch ein Jüngling Weißt du, ich sterbe und habe immer noch Sterne Ja, weil du das verlieren musst und das heißt Bankkarte Der Nerd Loris wieder aktiv Mh Mh, lecker Sokolade, mh Ja, sorry, ich fliege kurz noch mal ein bisschen weg Ich bin 111 Oh nö Ich hasste dich du missgebucht Ja du Lappen Lappen Ich glaub nicht Nicht stark genug glaub ich Ah Der mobbt mich Ach soll ich dir helfen Oh so schlecht Ich muss raus So warte erstmal hier rauf Parken Möchte hier rauf parken Danke So perfekt geparkt Der wo hat mich nicht zu scheiß Bulle gesehen Ach du schwuchtel da unten oder was Fiktisch Hängst du immer noch die Bulle ab Ja Ja Ich hab die die ganze Zeit am Arsch Und vor allen Dingen jetzt kommt alle Polizei die ihr auch noch hattet zu mir weil Halt niemand mehr gejagt wird Lass mich ins Bettmobil Ey Ich bin halt hier Ich möchte nicht mehr Überfahre mich bitte Überfahre mich bitte Bitte Verlasse das Casino Okay mach ich Überfahre mich Ich will nicht mehr leben Bitte Ich bin nicht gestorben Warum Ah Ah Wir haben die mich schon wieder gesehen Jo So ist Wurzene Ah 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 Ich geh jetzt ins Casino Du Ja du musst wieder raus Du Und Nein ich muss erstmal die Polizei abhängen Oder ich glaube mit den gelben Oppressor kurz vom Loris Ja Wer hat mir auch getreutig dahin geboostet Badmobil fahrer sie kriegt eine Anzeige Ich geh mal weg Okay Ich klaue schnell dein Auto nur so Ich muss schnell die Polizei abhängen Ach das kann alles beides fahren Ist das gleiche Das kann beides fahren Beides dasselbe Ja aber nein Eins hat zwei Räder mehr Trotzdem kann man alles beides fahren Ich hab mein Ich hab mein Ich hab mein eigentlich Besser nur als Deko Was? Ja ich hab Ich weiß Ich weiß aber ich bin in dieser Förderanlage eingesperrt Warte wir Ja komm Geht doch mal aus dem Gebiet raus Junge Was macht denn ihr da? Ich hab doch auch nicht so lange gebraucht Aber mit der Polizei hast du viel länger gebraucht Ah ich weiß ich jetzt raus reicht ist gleich angst du hast ihn angeguckt du bist noch angezogen leo bist du hast noch angezogen leo ich weiß und ich fahre gerne um sie dich an aus meine ich dir das motorrad ist fliegt jetzt fährt mich so ein scheiß im pc ich merks was machst du man ich will das noch benutzen ich überschlage mich die ganze zeit hält es er jetzt hat das loris angefordert an die ist hier schade ne lois hat das doch wieder zurückgenommen lois habe ich ja bitte in dein ding sein habe ich nicht zurück genug lois habe ich ja bitte ich muss mich kurz nackig machen hier das perfekt schon da kann ich wie monte geld ausgeben war kurz 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 eben mal meinen mich nackig machen alter mp steaks lab mich am besten noch mal weg die kleinen du bist kein mpc du bist ein bord was meinst du wieso warte los man nicht starten das sieht man ja an der waschbär der rohrspiel loris kommst du habe früher gedacht war wenn man in meiner apartment gehen und mich nackig machen doch kolon es steht auch neben dir hinter dir ja aber ist nicht unser gang doch der ist auch gelb nö der tippe ist nicht nackt ich muss mich kurz nackig machen ich will die pläne sehen kommen wir stehen uns einfach vor denen sein cut ziel was willst du machen er macht erst mal die müssen mit den stern wenn die müssen mit den stern macht das sind mission dass du mehr geld bekommst aggressiv still leise casino ausspielen heran geht's nein nein mach aggressiv ich bin nicht der okay dann mach dann mach dann mach dann mach dann mach dann mach riesen schwindeln nein still und leise diese optional diese diese optional mission da kriegt man kein extra geld ne das ist einfach nur optional okay doch 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 das steht doch dran loris mach erstmal still und leise ja ich kann nicht auswählen und dann mach noch die dann weh noch aus ähm tresor raumtür sicherheitstür und casino modell weil da ist so ein kleines geldzeichen nebendran da bekommt man auch noch extra geld gut jetzt bin ich nackig ich will casino modell also ich kann das gar nicht auswählen loris kannst du das mal machen ja also nimm nimm erstmal sicherheitstüren und sowas weil da kriegst du noch extra geld was ganz rechtes du kannst du doch gar kein rock der zweite kleiste nimm immer die billigsten außer der hacker weil wenn du den wenn du den besseren hacker hast umso mehr zeit hast du dann im tresor und kannst mehr geld kriegen den hat er zerapeuten eine du warst ja mit dem modell na also loris nimmt wenn es geht einen besseren hacker unser rest eigentlich schlechte brauchst du nicht brauchst eigentlich nur guten hackern dann hast du mehr zeit im tresor und kannst mehr geld rausholen und dann machst du noch die drei missionen hier die extras alter meine klasse ach du bist bist du hier oder was spielehalle c4 tiffen rauskommen in meinen raungeträchtigkeit vor der tür loris bist du hier wo ich grad bin du kleiner loris hier gibt es loris hier gibt es zwei anzeigetabel du wolltest mich wahrscheinlich ja umfangen und nicht mit mir loris machst du jetzt mal oh gott ich finde ja du kleiner pervers hallo loris ja machst du ja ich muss noch auswählen was willst du denn was willst du denn grad was willst du denn grad was willst du denn grad aus ich hätte grad hackern so auswählen müssen was mein bestes auto raus dann kann mich auch dieses bett mit begleiten anhaben ich starte jetzt einfach mal diese mission welche irgendwas da war so ein gewicht drauf machst du die mit dem geld daneben dran ja irgendwas war irgendwie so ein gelbes sternchen nicht gelbes sternchen du musst es mit dem ger ach egal doomrider wirst mein taxi niemals besiegen ne alles gut warte ich will mitfahren ich ne alles gut ich fahr bei los mit ne alles ah ne bei den kann man nicht mitfahren scheiße ah ne ich kann genug sind mit dem du warte ich kann mit dem geld au ah ist doch hier hallo du rider ja was hast du jetzt Colin hallo mach's jetzt mal los das ist mein wunderschönes taxi schreib's jetzt im kommentare ey bleib stehen dumm rider du bist eh so schlecht mich zu bekommen ja ja du loop du loop alter ja da hast du keine chance mich zu ram bist du einfach viel zu loop alter ja nein nein aua mein taxi jetzt hat dir auch nichts getan weil er was hat das ja das ja das ja das ja das zu lösen er konnte hat ein Auto gesprengt nur so ich weiß Kolle Ehre Kolle Ehre ich versuche mal den Fallschirm dahin zu können sehr leise ja und diese ab auf eine andere Art und weiß ich bin gleich wieder da Leute Wartet kurz wartet kurz der Stoß ja weil mein Auto kein Dienst hat alter du lahme Ente alter ey das soll ich verrammen aua ui aua aua nein 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 ja du ne ne ich hab Probleme ich werd hier gemobbt tschüss du Nuta ich muss kurz einen abholen du Opfer ala 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 übertrieb das bestaute so er findet den und erledigt den Agent also ich will dir ich will dir mit der ich will dir mit der Billigknache warte warte ja weil ich halt krass bin nein ha ha auf er hat mir das weggenommen ne ich bin dann wissen alter ich kraft stehen an ich kraft stehen an den Agent geil wie er konnte hat eine granate fallen lassen meiner geht auch immer schüttel die kopfse meiner geht auch immer bis 60 sekunden aus ähm ähm das finde ich jetzt irgendwie unfair also ich glaube es ist eine fette anzeige an zeige aua ja du kannst nichts schüttel mal die kopfse ja jetzt bin ich safe jetzt hast du keine chance mehr oh scheiß Jakob wie schlecht bist du Digga was kannst du eigentlich Barmio und Becker Los hat der Autoschule äh Conrad hat der Autoschule kaputt gemacht oh das mein Auto und ich wundere mich dafür nicht dass kein Geld hat er hat nur 200 Dollar hat er gesagt deswegen muss er es nicht bezahlen ich habe ich habe du Missgeburt ich habe es weg gerammt ich musste ich mich jetzt zum Nose Autobeschlagnahm danke du schuldest mir 250 Dollar äh Batmobile komm mal bitte zu mir und an der Brücke ja ich bin neben dir gleich fahr mal bitte zu der gelben Markierung hast du schon die Cops abgeschüttelt ja dann nicht ich habe kein Auto der eine glaubt mir immer mein Bettmobil ja aber wenn du Korps nicht abgeschüttelt hast bringen wir das nichts da gib mir das mal das Bettmobil bitte ich bitte sie ich bitte sie ja danach ja nein mein Auto muss wegen dir beschlagnahm weil du so eine nutze bist komm kill die Polizei hallo danke und du bist gestorben ich traue mich einsteigen dann schau nö wollte ich nicht na schade jetzt muss ich auch aufpassen das ist kein Polizeirahmen stimmt da kriegst du auch Sterne wenn die engen Strand schuld sind äh 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 ja ich will doch nur dahin fahren man nachkommen ich habe mit Leuten kommen bei mir ich muss mich dahin begeben nein 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 ja aber ich weiß nicht wo es lang geht ich habe wieder mein Taxi aus der Polizeiwache geholt aber ich bin jetzt umsonst gestorben und dass du hörst Hi Colin versuchst du mich grad zu rammen ist das dein scheiß ernst oh scheiße du bist du bist du bist nein wir fahren falsch Colin fährt falsch du bist ausgestiegen jetzt habe ich sinnlos wegen die Kost bekommen denn scheiß ernst ja hä ist schon jemand dahin gefahren zum Punkt freitag nicht warte bis Ahron freitag der 13 das Tastenfeld benutzt hey welches Tastenfeld Aronchen welches Tastenfeld da das Tastenfeld ja welches denn das Tastenfeld was ist ein GTA ein Tastenfeld was ist ein GTA ein Tastenfeld ein Dingens eine Tür ich komme mir nicht mehr hoch ii du kommst das ja ekelhaft und nöö da gebe ich mich direkt rückwärts wenn ich da Sturzenheber tschüss Zuluza ja mein Taxi ist mehr weiter als du was muss ich denn jetzt machen ja die Tür komm welche Tür da wo jeder steht Idiot ich habe keine Markierung ooooooh ja ich habe keine Taschenrechner auf der Karte ist das Schatterlappen von mir weg ach da ah jetzt sehe ich ihn grad flinken ja jetzt steht bei mir unten benutze das Tastenfeld weil ich grad noch Cops abschütteln musste warte ich fliege zu euch ich bin hinter dem Haus ja scheiße hier ist ein Zaun nein kannst du nicht nein weil Aaron hat es aufgesammelt achso lol ja gerne ey was macht ihr denn da können wir alle weg da bitte ich sehe die Leute umschliegen Hilfe ey weil ich Colin kurz töten wollte ja ey Digger für was habe ich dieses Drecks Tastenfeld jetzt geholt und das ist nicht mal selber eingeben darf ja doch ja irgendjemand hat sie eingesammelt nö da steht ja immer noch weiter auf Aaron ähhh warte ab bis Aaron Freitag der jetzt ist die so ne jetzt komme ich nicht über die Mauer ach man Aaron du wirst vom Spiel gemobbt oder ich werde hier von Doomrider rüber weil der mich einfach grundlos mit dem Trecks Batmobile einquetscht er hat doch nur so so endlich darf ich jetzt ran ohne irgendwas anderes zu machen ich hätte dann nur kurz dran drücken müssen so ich bin erster tschüss jetzt doch Feuer aus Colin hat verlassen Colin dein scheiß ernst ich hab sogar angelassen damit du auch gegen mich spielen kannst aber okay ach du scheiße wie ey pass auf die haben die haben zig Kegel wir können dann dran vorbeigehen ja warte ey wir müssen zu das Hackergerät Signalstärke pass auf die haben die haben zig Kegel geht da nicht zu weit die zig Kegel rein frag mich nicht da kannst du schleichen endlich mal leveln mein scheiß Taxi schafft es nicht einen 2cm Berg zu fahren ja Loris weiter da lang weiter da lang das liegt alles an diesen Hesling ach das war die Mission ah ok da musst du übelst hier weiter komm her hier wird das Signal stärker oder hast du selber ein ein Leisterunrechts ich hab selber auch ich hab selber auch oh was bin ich bin gleich bei meinem signal meint ihr zweimal draußen das ist gut so ich zeig dir mittelfinger okay bleibt ihr zwei draußen hier wird stärker meint ist gleich voll bis in afrikanistan da kommt tut da kommen du da kommen du da kommt afrika ist ein tolles land nur schwarze nur schoko eis bis zum rand hinter mir ist was eklige und dumm ich hab was es heißt es ist ein wildes dummreiter ich habe ein hacker gerät hallo dummreiter brauchen wir verlassen die bars ok was auf dass du ich entdeckst du hast sie sie ok ist eine kamera also nicht links lang nein ich habe ich habe auch deswegen will ich ja deswegen will ich ja deswegen will ich ja deswegen will ich ja die eine million haben dass das ich meine dass mir die hallo deswegen welche die eine million haben dass ich mir die mobile kommando zentrale kaufen kann ja ich habe ja den rest ich brauche nur diese eine million von gta die du eigentlich geschenkt kriegen soll es diese woche ja deswegen ja aber ich noch was haben sie noch nicht bekommen ich hab sie auch schon bekommen weil ich halt krass habe jetzt nein die kriegt man innerhalb von 22 72 stunden als kannst du erst morgen oder so kriegen du opfer alter was kannst du eigentlich das schaffst du nicht ja ich bin raus hier ja du opfer och ne sirene wir müssen weg ich glaube mir das grüne das grüne dinge äh forder deine oppressor bitte nicht ich fordere deine kresse bitte nicht an du weiter foto deine presse bitte nicht an ich hab den jetzt gerade ich bin drauf kannst du den bitte kaputt machen dann krieg ich muss kriege ich ja muss sie wird mir geld abgezogen wird gelandet ja ab und zu wasser mit ihr schade hätte sie echt gegönnt ich komme nicht durch aber ich bin an der küste wird kurz davor weißt du was ich zahle das auto ich habe keinen bock vor dem bullen absagen dass wieder mein auto bestanden wird so ich gehe zum spielhalle ja mein assistent geht in iran oh mein handy ist kaputt eine stasche danke ja ich habe ja immer noch sterne vielen dank leben ich gehe gerade zur spielhalle ich bringe das gerade wieder weg das hacker gerät was das auto das taxi kostet 5600 das kostet ja fast für wie so neidshark 5.625 für die reparatur kosten ja leck mich aber das ist die hälfte 5000 ist die hälfte von diesem von dem betten bier das kostet 10.000 ihr habt auf den versagen wird immer reicher aber gerade habe ich 5000 verloren jetzt habe ich gerade 60000 dazu ich bekomme gar nichts ich muss ja flores warten ja ich muss uns auf und weil ich ja morgen schule das morgen weitermachen wenn ich meine schule nicht gespielt gesperrt wird wegen diesem sturm das kann seine katze mich ja dann anklingen wenn es so ist das so auch schon ein tschüss ich habe ein schweiß ich habe schule in ja auch also nur was erster das ist und wenn man es schüttelst ich könnte mir dran gedacht ist los dieses schulat prügelte ich immer noch oder was so gut hat mich in Ruhe gelassen weil den Verstärker kommen musste dumm Reiter hat mich in einer in einem Motorradarsch eingeladen auch weil es ihre Opfer aus und Ramm ist auch aus oder nein die mobile Kommandozentrale kostet nur 1,25 ja deswegen wenn ich die Mille von GTA kriege dann kann ich auch endlich mein badmobile auftun aber GTA sagt mir jetzt noch nein Fehler nutzungen was deswegen Fehler nutzungen was ist ein bug von GTA wann denn wo und wie rein aaron aus mit der mobilen Kommandozentrale ja warte 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 position 1 da möchte ich das befehlszentrum position 2 da möchte ich waffenwerkstatt an position 3 möchte ich was soll da stehen lager für persönliches fahrzeug ich will den sowieso nicht weil ich brauche 2 und 3 für die fahrzeugwerkstatt ja ich bin gerade im internet internet ah und du musst du auch auf das gehört des schieses das haus zieht alter nein ich stehe bis ich kann nicht mehr wachen hallo ah du bist auch gemobbt nein 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 mach nicht Nein, scheiße. Ich hab mich doch getrocknet. Ich hab auch ein Casino-Auto. Ach, der Neo, den hab ich auch. Ich hab ein Casino-Auto. Den Neo. Also, ihr habt's Respekt. Den Neo. Das Auto kostet über 2 Millionen. Hast du den Neo? Nein. Hä, bei mir leckst du voll rum. Manchmal ramm ich dich und du portest dich einfach woanders hin. Booste dich, booste dich da. Ach, der. Nein. Ah. Das ist so ein teures Auto. Auto teuer. Nein. Ich muss das kurz wegboosten. Tut mir leid. Aussteigen. Das Auto kostet mehr als deine A&P-Pistole. Das kostet 2,4 Millionen. Warte, ich zeig dir mein Auto, was ich gezogen hab. Verdient. Ja. Rache. Rache. Warte, ich komme zu euch geflogen. Rache. Was ist das? Gefeet. Decker. BAM. BAM. Ne. Jetzt hau ich ab. Jetzt hau ich ab. Es war. Los. Ja, ich habe ihn komplett aufge... Ich habe komplett... Nein, ich muss... Ich muss das schnell weg tun. Wieso fährt sich mein schöner Kohlflügel nicht aus? Weil ich mein... Weil ich ein anderes Auto bestellen muss, kurz. Ich habe eine Freundschamfrage von Michi. hier out 32, stellt sie bekommen. Das fühlen mich sehr schön. Kontakte... Nicht zu mir vor dem Bette mit dem Bettmobil. Ich muss den Abstand halten. Oh Gott, hilf mir, Bettmobil. Ich schmühe. Ich schmühe. Mich schagte kleine Mist... Mich schagte kleine Mist... Mich schagte kleine Mist... Geh mal weg mit dem Bettmobil. Nein. Na danke. Der kann ich... Ahahaha. Jaa. Du erbärblich. Wer ist Michi Outtelzi? Keine Ahnung, der hat mir auch gerade eine FA gesendet. Ist der in unserer Lobby? Guckt mal. Michi... Jaa. Der wird 30. Lad ihn doch mal ein. Vielleicht ist er was zu was nützt du. Vielleicht Zuschauer von dir. Nee. Du hast nicht 30 Sekunden zuschauen. Colin hat geschrieben, muss ausmachen. Ok, ciao Colin. Hä? Wo? Haben die alle Schuhe des... Ha! Opfer! Ach so, du musst mal... Stell dir mal ganz kurz aus mein Bettmobil aus. Ganz kurz für eine Sekunde. Ja? Jetzt. Er hat jetzt gesagt, du misset. Steig mal bitte aus. Was ist das? Er will ja nicht. Jetzt steckt rum. Digga, ich kick dich gleich aus dem Auto. Ja, kick ihn aus dem Auto. Ja, kick ihn aus dem Auto. Also, du kannst dein... Du kannst dein... Du kannst dein... Du kannst dein Rembaki abholen. Ich muss nur kurz das Auto. Äh, Leo, komm mal zu mir. Verdient, du bist geburt. Leo, bleib mal da, wo du... Leo, bleib mal da, wo du bist. Wieso hast du Orbital? Keine Ahnung. Ey, wenn ich Orbital hätte, dann könntest du nicht stehen bleiben, nur so. Und ich würde jetzt nicht 57.000 nur für dich ausgeben, Leo. Das wäre auch so schade, das Geld. Du hast angefangen. Du bist ein Hund. Und... Leo, ich komm, äh... Leo, ich komm, äh... Also, da bist du ein... Da bist ein schwarzer. Den überfährt man. Zeig mal dein Auto, Leo. Zeig mal dein Auto. Das ist nicht der gleiche, ne? Den hab ich gewonnen im Casino. Hab dem... Grotti, Furi oder das? Nein. Michi schreibt mir Hallo. Ich bin mal ein, den Michi. Ich bin mal ein, den Michi. Jetzt hab ich ihn zerstört. Los, wappen den. Nein. Der darf nicht aufstehen. Nein. 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 Der läuft nur. Der verdienter, du hast uns auch immer umgefahren. Nein. Ja, wir sind in die Luft. Mach den... Mach den Reifen kaputt, da hat er keinen Spaß mehr, das Auto zu fahren. Das stimmt. Das stimmt. Ja, jetzt schon wollen Nerven an. Die Bullen sind alle Spastis. Das Internet ist uns alle Neuland. Ja. Ich... Na warte, ich lade ihn ein, ich bin der Partybesitzer. Leute, ihr habt gleich wieder Bild, die grad zu gucken. Ich hoffe, das ist... das ist nicht... Ja, bitte, dann verlässt das ein Auto. Du hast gar keinen Spaß mehr. Doch, mancher. Ja. Ja. Ja, was hast du jetzt zu sagen? Ich verstehe jetzt deine Lichter, dann zieht dein Auto erst sicher. Ja, was hast du jetzt zu sagen? Ja, ich verstehe jetzt deine Lichter, dann zieht dein Auto erst sicher. Ja, dein... Das wäre der Burner. Auf dem Motor! Rauf auf die... Hallo? Redest du? Wenn du erzählt hast, du redest nicht. Michi... Nach der Tür den mal. Dein Auto brennt, tschüss. Du bist doch eine Feuerwehr, löscht deinem Brand. Hier, gehst du dein Auto hin. Hast du Michi schon ingame eingeladen? Er ist ingame. Ah. Michi, rede. Hör mal bitte. Ja, oh fuck. Nein, mein schönes Auto. Mist, Geburt. Ich hasse dich. Kannst du nur damit spielen, du Robilosa? Ey, Leo. Leo, stell ich mal bitte... Ey, hör mal bitte kurz auf, bitte. Leo, stell ich mal kurz neben mich. Leo, bitte. Und jetzt... Jetzt geh mal auf... Bitte hör mal kurz auf. Geh mal auf... Bitte. Geh mal auf Interaktions... Ey, Digga, hör doch mal kurz auf. Geh mal auf Interaktionsmenü, dann auf Fahrzeug und dann auf Fahrzeugtüren, auf alle und klick da mal X. Ja, warte kurz. Alter, ich hab jetzt Beifahrer... Alter. Verreckt daran. Alter, ich hasse dich. Du bist so eine kleine Missgeburt. Wieso liebst dich überhaupt? Wieso wurde dein Körper an Scheiße... Leo am Ration. Ich hatte schon die ganze Zeit Sterne. Ah, okay. Danke auf der Einzelne. Lass mich bitte letzter rufen. Nein, geht nichts. Wir fahren mit offenen Türen, ja. Ey. Auto. 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 Hallo. Auto. Hallo. Der soll langsam fahren. Sie doch... Ich hasse dich. Ey, warte mal... Warte mal, ich rufe schnell Läster an und dann kannst du fahren, ja? Du. Eine du fettes Auto alter Fabrik. Weil ich hab nämlich gerade was entdeckt was übelst lustig sein kann weil du dann keine Ahnung mehr hast. so du kannst fahren ja ja mach mal fahrlos vielleicht noch kurz stehen aber komm mal kurz zu mir ran gefahren na zu mir wie weit geht das entfernt bleibt stehen weiter zurück weiter zurück kleines bissel bis dahin kann ich mein auto fernsteuern als ich kann jetzt einfach sagen seine leon nicht da gehen jetzt an so der radiosender ist jetzt der hier oder der hier die feier an auch man macht es mal bitte an bitte 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 äh macht es mal wieder aus hallo 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 nein nein mach es an aus aus an aus an aus bitte aus bitte an bitte aus ja geil danke nein dann ist mein und hab ein bisschen Spaß mit Leo. Nein! Leo! Was habt ihr gegen mich? Ja. Okay, was ist dein Problem? Hat er ein Problem damit? Ey! Das war sehr unfreundlich, muss ich dir ehrlich sagen. Warum verlässt du dann... Warum verlässt du dann Party? Hast du wohl dein... Hört das wohl deine Mom oder was? Ja, kann ja sein, wenn du deinen Lautsprecher an hast. Ja, hier... Hier siehst du mich eh nicht. Angriff! So, wo ist ein Leo? Ich hab hier ein schönes Fahrzeug. Es fremd die Feier noch an. So, nein. Okay, so, wo es... Ah, hier ist er doch. So. Jetzt Panzer holt und mach ich rauswerfen bei dem. Äh, äh, töt mal Leo weiter. Ja, dass ich den einhole. Achso. Ja, nicht schlimm, dann komm ich. Ich hab noch ein bisschen was auf dem Konto. Aber dann Rahmin weg oder so, dass er... Ich hab Standbild, okay? Ja, er ist auf dem... Hä, was war das? Äh, Michi, wer alt bist und du begannst es erst schreiben? Fünf Jahre, wenn er das nicht mag. Ja, das... Deswegen hab ich ja grad gefragt, so wäre es halt... Das hab ich noch nie gehört, ich mag das nicht. Das ist ja... Ist ja nix gegen dich so, also... Ich könnte ja verstehen, würden wir dich beleidigen, aber... Auch nö. Na cool, ich habe jemanden in der Schule, der ist 15, der kann das auch nicht leiden, wenn man irgendjemand beleidigt. Ey, lass alle zum Flughafen und dann ein bisschen mit den Rampen rumspringen. Ist scheißegal, du musst ja trotzdem rum. Wie wer mit Opressen? Komm mal her, Leo. Leo, bitte. Nein. Bitte, ich will da nur ein bisschen Spaß haben. Ich will aber keinen Spaß haben, denn... Du musst ja Spaß verstehen. Ja, genau, lass uns alle beim Flughafen treffen. Ich bin ja auch grad abgehoben. Meine Motorhaube. Ey, das war unfreundlich. Meine Motorhaube ist ab. Warte, Tomb Raider. Was kannst du eigentlich? Bin gleich da. Michi, du kannst auch gern zum Flughafen. Der versucht, mich über Traketen abzunehmen. Jetzt kommt der Batman. Ich mag Batman nicht. Ich mag Batman nicht. Ich mag Batman nicht. Ich hasse Batman. Ey, aber nicht mich abschießen, ja? Doch, ihn abschießen. Das ist eine gute Entscheidung. Gute deutsche Wahl. Will der abhauen? Die Schmute. Guck dich doch mal an. Und nenn mich immer Angsthase, ja? Ja. Du kämpfst ja in nen scheiß Badmobil. Natürlich bist du in Angsthase. Und ins Wasser. Geil. Schlepp noch. Schlepp noch. Schlepp noch. Schlepp noch. Schlepp noch. Schlepp noch. Puste. Puste. Puste doch. Im Wasser soll er pusten? Ja, natürlich. Doch, der Boost ist doch bereit. Es leuchtet. Ich bleib hier drinnen. Ich sterb mit meinem Badmobil. Oh, tut mir leid, Doom Ryder. Du bist in mein Halle. Ob du noch live bist? Natürlich Josi immer doch. Doch, was ist wenn ich mache? schreibt mal jetzt was du machen würde ich bin immer noch live ja hier im billig knarre alter knallstich ab hier zack 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 du hast mich getroffen ala ich hab hacks ja ist so du hast echt nein verpiss dich verpiss dich verpiss dich verpiss dich der hackt ganz klarer hacker ja nein du bist auch ins wasser gefahren mit der hässlichen bad mobil da hast du auch zu mir schlecht gesagt also du bist ja auch schlecht du siehst da wasser und boost ist wie dumm muss man sein ich wollte ich weg mussten weil er eine was 20.000 mit den autoren dann könnt ihr mich töten und muss direkt 20 kabel zu 2 doof ein gedanke 2 doof ein guter krokod josie ist traurig ja aber mir aber ja aber mir nicht auf whatsapp antwort ich habe deine bilder gesehen habe ich kann nicht antworten wenn ich live streame warte ich guck mal was du mir geschickt hast ich dachte du bist vielleicht schon beim lochredon stream ich habe doch gesagt so alles klar es tut mir leid ich habe doch geantwortet halten nicht auf whatsapp geschrieben hallo ich bin hacker ja bist du auch bist du misset also ich hab schon ein junger auf ich tötet euch jetzt die ganze zeit wisst ihr warum weit im auto nicht ankommen ist weil nämlich währenddessen der menscheniger das bringen wollte getötet habt die alle schlechte er will uns ja töten das wird die alte du hast mich in deine turbin reingezogen ich hätte sterben können du hast mich eigentlich gesagt ja hey dicker wenn du einmal afk rumstehst ja hey du bist geburt ich beleidige du sollst sie doch nicht töten nein chuck den kann er sich leisten ja wenn er sich cash cards kauft es geht alles ne vielleicht hat jetzt schon die zwei millionen bekommen dann kann er sich den hoch rösten hey dicker warum ich ach so okay dann da mache ich das anders ja das hat kommen wir kommen jetzt mal bitte her ja komm bitte zu mir her ja easy 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 clap so komm mal bitte her zu mir ok mich mich hast du ein problem du magst es nicht wenn man dich tötet oder beleidigt dann hau mal lieber ab brava michi brav mich ist es gibt ein youtuber das heißt michi ich weiß immer schön und erkennt du dieses video der typ mit dem bierkasten da oder diese diesen geländerungen rutscht und der typ dann sagt so weiter michi heißt michi hallo 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 seid ihr beim flughafen aaron aaron guck mal ich kann fliegen ah mayday äh du stürzt irgendwie ab so ok ich geh dann mal zum flughafen tschüss ich hab nix gesehen doch du hast was gesehen was dickes und fettes bei josie was bam äh leute ich bin mal kurz afk wohl ich bin ich bin genau in drei minuten wieder da bis gleich zählt die zeit mit ob er wirklich in dieser zeit wieder da ist michi hol dir ein headset sorry michi kann ich den nightjack benutzen miss böses mädchen ich kann nix dafür michi aber du hast mich provoziert mit deiner pillowruppe doc b ne hohe bitte ein headset ich hasse es wenn jemand sagt lasse es bitte ich hasse es wenn leute schreiben ganz ehrlich ich mag es nicht ich kann dich gerne in ruhe lassen aber einmal ist kein mal ich habe gedacht ich habe gedacht du willst kein stress ich hab ihn auf Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wer bist'n du? Ach Mika, hd! Aro ist gerade offline Oder AFK Ja, ja, ich hab eigentlich nur gewartet bis GTA-Fläche Entferne Eine Art, eine Frage, wer hat mit der so krass nicht Spiegel verdient Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, so, wenn du mich eh schon hörst, ähm, ich werde jetzt mein Panzer anfallen. Mal gucken, wie du dann guckst. Wie siehst du denn eigentlich aus? Bist du ein Mann mit fetten Hamsterbacken? So, was denn? Ja, wahrscheinlich hast du Intelligenz? Ja, wahrscheinlich. Ich werde jetzt sterben. Du kommst jetzt schön her, Michi, oder? Wenn du wegfährst, bist du ein Schützer und kannst nicht. Leo? Ja, Michi hat dich mehrmals getötet. Wie oft? Viermal oder fünfmal. Okay, das ist jetzt nicht so schlimm für meine KT. Und jetzt habe ich ihm geschrieben, ich soll ihn töten. Ja. Ja. Ich habe ihn einmal ohne Grund getötet, gib ich's zu. Aber auch nur zu gucken, wie er darauf reagiert. Dann hat es ja aber trotzdem Grund gehabt und gucken, wie er reagiert. Dann hat er dich getötet. Eigentlich müsste er mich dafür töten. Ist er geläftet? Ja, der hat geläftet. Michi, du bist ja nichts-Könner. Ist er noch eine Party? Ja. Michi ist ein Moop. Wollen wir mal in eine andere Lobby? Nee, die ist mir zu leer. Und ich möchte die bleiben in leeren. In einer anderen Weise, ich habe mit Oppressor abgefuckt. Und lassen wir ihn nicht. Nein. Nein. Schreit Michi dir nicht mehr? Nee, der hat Schiss bekommen von mir. Das geht doch nicht. Doch. Bei Roller. Ja. Habt ihr das? Genau. Ich dachte, du hast keinen. Ich dachte, du hast keinen Mic. Nee, das ist doch Mika. Ach so. Er ist ja drin? Ja. Nee, ich bin gerade draußen. Seit wann das denn? Seitdem du AFK warst. Ich bin kein Noob. Ich bin kein Noob. Ich habe deinen Freund gekickt in GTA 5. Also, Aaron ist bei mir noch drin. Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Michi, du hast die Sitzung gewechselt. Und übrigens, Michi, du bist hier geläftet. Michi, willst du mich überhaupt kicken? Du kannst mich gar nicht aus der Sitzung kicken. Ist so. Level 30, das sagt, ich habe einen. Wer ist das denn jetzt? Keine Ahnung, ich glaube das ist Aaron. Oh, sorry. Das warst du. Bitteschön für die 10.000. Ja, ich musste eben schon. Dein Badmobil habe ich zerstört. Die muss ich auch schon zeigen. Hey, Mika, hast du nicht hier deine Freundin? Jesse? Hey, hey, hey. Doch, isse. Jetzt zerstöre ich deine KD, Aaron. Das ist deine Freundin. Das ist deine Freundin. Was? Hast du nicht eine Freundin? Du gehst zu Hause, würde ich eine Freundin haben. Ich habe deinen Freund getötet in GTA. Juhu. Wow. Vier Mal. Wäre nicht AFK gewesen, hätte er dich vier Mal getötet. Vielleicht auch 100 Mal. Na komm, schieß mich doch ab. Trau dich doch. Komm, trau dich doch. Ja, trau dich. Komm, komm. Trau dich. Du bist ne Pussy. Komm, trau dich. Fangen wir gleich mal ein Rennen? Nein. Äh, wollen wir dann mal Freitag spielen oder so? Ja. Ist wohl deine, ist wohl Jesse geläftet oder was? Nein, ich bin gegangen. Ach, halt. Du hast dich geschieden. Hä, was habt ihr gezockt so? Soße? Halte ich gut fest, das ist das beste Game auf der Welt. Ja, das nennt sich. Ätschi Batschi, bist so ein kleines Kindergartenkind und dann bist du schreit. Warum macht ihr sowas? Wir wollten den Coronavirus. Die haben einfach Fortnite gezockt. Oh Gott, wie ich... Ey, muss man auf das Flugzeug raussteigen, dann husten und dann sagen, China war toll. China war toll. Ich glaube, er hat das Gegenteil. Guck mal, Loris. Ach, Loris, sag ich schon. Oh, sollen wir mal A-Pack spielen? Leo hat auch A-Pack. Nee, der rastet... Ja. Ich rastet aber ganz leicht im Dezent aus. Ja, vor allen Dingen, wenn du deine Roboter nicht bekommst, rastest du richtig aus. Ich spiel halt nur Fahrtfinder. Ja, ich spiel nur Fahrtfinder. Ja, mein Freund nimm ja auch. Ui, I can leave. Der kann mir nur Sticker schicken. Der hat mir schon 10.000 Schicker gestickt. Ah ja, echt? Ich hab einen Sticker gestickt. Michi, bist du ein kleines Kindergartenkind auf zwei Beinen? Das nix kann, außer zu hästliches Smiley zu schicken. Das ist ein Porträt von ihm. Hat er eigentlich bei uns mal geschrieben? Ich hab doch gefragt, wie alt er ist. Kannst du das mal schreiben, Michi, wie alt du bist? Angeblich 32, aber... Seitdem ist er irgendwie 5 oder so. Aber du freust dich, wenn du jemanden viermal gekillt hast im Game, ja klar. Das ist das Kindergartenkind. Du bist auch schon so 32. Locker davon, wenn wir GTA spielen. Nicht so wie wir. Jetzt kommt ihr, dass ihr seid auf jeden Fall. Schramm dich voll weg, Alter! Wie hat er denn hier eigentlich? Ich? Ja. Ich bin 3. Ja, war echt nicht 10, 17. Ich bin 3. 10. Gewicht? Ja. Du hast das Spiel doch gar nicht. Ich weiß. Du aber auch nicht. Das ab 18. Ja. Ich bin 18. Er schreibt, wie ich hab nicht, ich hab nicht viermal getötet im GTA 5 vor. Uuuuuh. Hat er gemacht. Ja, ich war ja auch AFK-Due. Ist so. Er war AFK, wer nicht AFK, der hätte dich trotzdem einmal gekillt, der hätte dich zehnmal direkt gekillt. Dinger Held, 4, 10,000, schicker gestick. Schicker gestick. Ich wollte eigentlich Sticker sagen, wenn er ein Sticker rausgeguckt. Ey, wenn wir AFK kloppen, darf ich eure Partner spielen. Willst du AFK oder willst du was anderes? Och Mann, Mischiii. Mir eigentlich egal. Gute Laune, Mischii. Willst du vielleicht Freitag spielen? Oder Fortnite? Äh, nee. Äh, nee. Ja, mir kann egal was, wo wir spielen. Na, Leo, was willst du spielen? Ähm, Apex. Fortnite? Iiiiih. Alter, das ist schon mal Corona-Virus. Ich hätte lieber den Koreaner-Virus als Fortnite. Das finde ich aber nicht nett von euch, ja. Ich dachte, das wäre ein Japaner gewesen. Äh, vielleicht immer die Jackson. Und macht's dir Spaß, Amok zu laufen? Machst du wenigstens schon fünf Sterne? Oh, Leo, komm mal her. Komm mal her, Leo. Leo, komm mal her zu mir. Ich weiß nicht, ob die auch Lust hat. Mach mal. Leo, warte mal. Ich brauch ein Auto, was quer... Hier, komm mal her. Guck mal. Guck mal. Oh, das geht nicht. Gerade eben ist so ein Auto voll geflogen. Guck. Voll. Oh nein, Wasser. Wasser. Ist nass. Waschen, eklig. Ist Mika noch da oder hat er gefragt, da gerade? Nee, bin ich da. Okay. Okay. Habt ihr morgen frei? Nee, ich hab Ferien. Hallo? Wohnt in NRW? Ich was? Wohnt jemand hier in NRW? In was? Notreinwissfalen? Ja. Nee, ich wohne in Killingen. Und jemand hier in Fortnite? Ich wohne in Fortnite, ja. Auf diesen Hansen erwähnen. Fortnite, 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 Fortnite. Ikklig, ikklig. Leon, spreng die mal hier bitte weg. Die mobben mich. Ich kann nicht verstehen, würde ich auch machen. Okay, ich bin Freier, ist gut. Wie verzichtet, ich beetle. Oh, weiter! Mann, étant! Wie weiß ich fliege! L beneficial für die Anytime, ich fühlte es nicht, all bin ich auf und so eine kann ich verstehe hat sich auch wieder habe ich habe die KT Streit und wie ist das weil ihr seid jetzt zusammen sie sind nicht zu sagen ich bin mit dem Namen und hier eigentlich ist es geht sie lieber persönlich die war die uns immer die auch schon zu mann bei sich hat geschrieben müssen wieder zusammenzocken nein lass mich wie es sich kann treiben oder ein Panzer durchfahren passiert nichts aber wenn eine rakete auf das fahrzeug viermal los jahre was willst du mit fort was er hat jesse wohl auch apex oder was oder warum sollte sie mitspielen ja auch aber nein wir wollen ja also das soll jetzt wieder mitgeist apex hatten weil leon hat ja gesagt dass er durchs Haus hat ich will kein vorteil ich hab doch freitag gesagt ich will kein vorteil ich hab freitag gesagt super leo dass du nicht getötet hast ich musste nix bezahlen ich mach das jetzt so oft bis du immer was bezahlen ich hab gesagt ob wir für freitag der dreiviertel spiel du hast ja nicht gesagt dass du auch nix spiel ja auch wenn du nix bezahlen kannst hör auf, um deinen hessern zu brühe du zigeuner leo weiß noch der eine typ der kleine junge der armenprobleme hatte das warte ist gerade jesse bei dir und macht die machts kann mit ihr oder was ich bin mein Vater ich mach ein bisschen härter, denn der stöhnt zu mir nicht mach du noch härter nee, Chessy ist ja gerade mal, die gibt es ja gerade richtig doll deine Freunde sollen bei dir härter machen er hat es verraten, ich habe gerade gesagt Chessy mach mal härter und er so deine Freunde sollen es bei dir härter machen ich hab gesagt deine ja, ja, jetzt muss ich mich auch ausreden du hast auch ne Freunde oder nicht? ich hab das alles auf Leid, ich hab keine Freunde ich hab das alles auf Leid alles mal bei den schönen Hundenkippschen was ist das schon wieder im Wasser was hast du gesagt, Leo? äh, der andere ja, wo Hundenkippschen war in dem Film äh, ich versteh nicht ich versteh nicht, was du sagst wo Hundenkippschen war hat er ja die ganze Zeit nach ein Dreier gefragt, ne? äh, let's let's see hey, hi, wie geht's? gut, 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 gut ja, wo Hundenkippschen hat nach ein Dreier gefragt, ne? und noch ein Freund von dir? hm, war eine die direkt eifersüchtig ja, keine Ahnung, die heißt ja, keine Ahnung, die heißt die heißt irgendwie, keine Ahnung, wie die heißt ja, woher sie heißt das weiß ich doch nicht aber sie hat gesagt, dass mein Aaron oder so meinst du Josi? ja, glaub schon das ist aber nicht meine Freundin der Liebe kann ich mitspielen? ja, kannst du gerne du kannst gerne mitspielen, du musst mich nur halten auf PS4 ich bin, ich bin der, der jetzt oben links eingeblendet wird, der zweite also Aaron Freitag, da treibst du einfach nur nicht adden und direkt daumen runter am Video kannst du einfach mal den Maul halten? geht das? nicht du, der andere ich find der ein Pfone recht, aber add mich einfach, ich zeig's dir nochmal oh, lafen die Abo da aua ey, weh, du steig aua wenn du weiter der letzte bläst, dann stummig dich da oben links aua bitte warum mach ich auch gerne kicken ja ja, Digga, wo ist denn der jetzt hin? jetzt ist der da oben gespawnt auf seriously uuuh oder oder ich bin da noch nicht mal abwegs drin wir zocken gerade noch ja komplett retarder der Mensch gehen wir nicht auf den Sack ich bin alleine du sollst alleine spielen ich bin schon wieder ins Wasser gefahren ich habe das gerade eben was geholt das Auto was kannst du eigentlich? eyy ins Wasser fahren kann er ja, das stimmt hör doch mal auf wie jetzt voll zu spammen muss ich jetzt erst probieren schreib einfach in Chat rein wie du heißt ich äh, ich hab mir das gerade eben bestellt und fahr wieder ins Wasser rein ich bin auch echt der schlauste warte ich lade ich nur unsere Party ein hab geschickt ja ja ich weiß hab ich gesehen hab leider kein Headset ist nicht schön also ich ich das ist jetzt das soll jetzt nicht komisch klingen aber bist du ein Mädchen oder bist du ein Junge weil du hast ein äh Profilbild und der Name sieht auch wie mädelhaft aus ich hab keine Ahnung Digga das ist eine Zuschauerin von mir ich kenne ihn nicht mal willst du mich verarschen? Benehmt euch ja jetzt das ist ein Mädchen bei Mädchen muss man sich immer benehmen ja dann klärst du die doch Mann du hast sie doch keine Freunde angeblich du hast doch, du hast ja Jessy Stimme ja angeblich ich hab keine Freunde nein aber ich brauche auch keiner Lazy high you oh Gott er ist nicht nicht wir, wir gleich seine Stimme verändern Lazy high er bist du bei unserer Lobby 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 nein sie hat geschrieben sie hat kein netzet oder hat leider kein netzet ach so, ja lädt sie ja, schlag dich ein äh 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 Freunde äh äh cbg-clan moin moin soll ich dich ein bisschen pushen ok das kam jetzt irgendwie unerwartet vielleicht mal sein Kanal ankommen wenn er schon so schnackt er hat 354 er was macht er dann so schön wie ah auch GTA gleich ein Abo da lassen das funktioniert immer wenn jemand GTA macht gleich Abo da lassen so, das hast du 355 oder 54 äh das ist äh da hab ich also ich geier nicht auf Abos oder sowas das ist mir vollkommen frei ihr könnt das ihr könnt das frei machen mich zu pushen ich brauch da also ich ich brauch das nicht unbedingt aber wenn du Lust hast dazu dann kannst du mich gerne pushen ja aber ich brauch ich auch glaube ich gar nicht sicher Abos oder sowas aber das ist halt freizügig wenn du willst dann kannst du es machen ich möchte kleines schwirmschen pushen sowas okay was glaube ich naja der egal wie dankeschön hast ein abo und like davon ist es nicht ich wollte nichts machen ja nicht ich habe 800 kam wenn ich noch die wille von eqta kriege dann habe ich achten zwei ok dann merkt ihr 48 abo sind drei likes ok das schreibe ich mir jetzt acht likes wie viele denn jetzt nun ich habe ich habe bei mir elf likes ach egal ich habe drei millionen ok ich schreibe er hat jetzt geschrieben ich soll mit das merken ja ich bin gleich wieder da schon mit zettel und schreib mir das auf Das ist gar nicht so CARDOS AAPPY IN Ich frage mich dir die dissert-Gunze an THE FACEFUL Die wollen unbedingt unter meinem Panzer Jetzt habe ich mir extra einen Zettel geholt, jetzt brauche ich noch einen Stift hier. Aaron. Ja? Vielleicht muss ich gar machen? Ähm, wenn die nicht copyrighted ist und nicht zu laut ist, gerne. Keine Ahnung, ob die, äh, die ist. Äh, mach's einfach mal an. Ach, scheiße. Äh, ach, scheißegal, wenn sie copyrighted ist, ist das nicht so schlimm. Boah, warte, ich hab ein GTA-Song. So, ich hab mir das jetzt aufgeschrieben, die Likes und die Aboszahlen, so. Ich guck jetzt einfach nicht hin, wie, wenn, wenn er mich pushen sollte, wie die, wie das hochgehen sollte, wenn was, weil er so gesagt hat, so. Ich konztriere mich jetzt einfach aufs Game. Hi! Was hat ein Intro von jemandem? Warte mal, ich hol mir auch ein Auto. Ah, ich habe ja mein teures verkauft. Naja, ist nicht so schlimm. Warte, ich hol mir auch schnell ein Auto. Ähm, X-Bin-Ray-Wiki-Telly-Ali. Warte mal. Oh, dankeschön für 56 Abos. Er hat ja wirklich recht gehabt. Also bis jetzt, wenn ich sowas bekommen habe, war das immer nur Fake. Ah, hier. Vielleicht wenn ich da auch noch Random Girl hochpushes. Na, ich bekomme jetzt, also warte mal. Äh, resetten. 58 Abos. Danke, Alter. Also sonst war das immer nur Fake, wenn das jemand reingeschrieben hat. Ey, echt vielen Dank. Du willst doch kein Abogai, hast du gesagt. Habe ich auch nicht gesagt. Er hat das ja freizügig gemacht. Habe extra gesagt, du kannst es machen. Du musst dich auch natürlich nicht. Danke, danke, Alter. Das ist mir, äh, vielen Dank. Das ist mir, äh, vielen Dank. Das ist mir, äh, macht so viele Abos in einer Sekunde. Seine Intention. Ja, ey, guck mal, wirklich. Ich habe jetzt gerade in einer, in einer halben Minute, 10 Abos, danke, Alter. Ey, vielen Dank. Du schaffst es vielleicht doch noch, mein Freund hört. Mein Freund hat irgendwas mit 70 Abos. Vielleicht schaffst du es ihm mal holen. Ich kenne jemanden, der hat 400 Abos. Und ich habe jemanden, der, ich habe einen Freund, der 380, ne, ne. Ich kenne jemanden, der 7000 abos. Ich kenne jemanden, der 7000 abos. Ist das Spongeboss? Ja. Ah, okay. Das hört man voll. Ja. Mach's doch ein bisschen leiser, oder? Mach's doch ein bisschen leiser, oder? Mach's doch immer einfach so. Ja, hat er sich jetzt gestimmt? Was hat er das gerade gemacht? Ja, habe ich. Ah, okay. Warte mal, was ist denn das für ein Song? Mhhh, GBB 2013. Hörst du den nur dir an, oder? Mhhh, nee. Ich habe noch ADAB, Alien, Altana, Stare. Ach, ist es nicht so schlimm, wenn es Copyright ist. Komm, dann kannst du wenigstens chillen und deine Musik hören. Ups, das habe ich geprübt. Sorry, tut mir leid. 64 abos danke echt großzügig von die alte wie kann man so viel geld für diese autos ausgeben so schweineteuer ich würde mir niemals kaufen deine augen wie ein alien hä wo kriegt man diese diese diesen diesen lack her diesen ich weiß es also er jetzt nicht hätten so aber ich habe keine ahnung ob das ein anime oder hentai oder wie das zeug heißt ist aber wo kriegt man diesen lack her habe noch einen wittschuhl okay wo kriegt man das her den lack als ich weiß ja ich weiß ich habe ich kenne ich guck das nicht so also ich mag das ich mag das nicht aber trotzdem wieder nach geil aus jetzt hätte ich das echt nicht gerne so also jetzt ist gegen die die anime und sowas gucken aber 67 abos danke 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 so viele abos habe ich nie bekommen noch nie ja weil sie nie verdient ist ein design der geht nur bestimmt bei bestimmt okay dankeschön danke für den push finde ich echt nett von dir krass die auch nett hatte ich habe ich habe ich bin grad von 48 und zwei minuten auf 67 hoch das ist übelst krass ja da dafür sind die ich habe keine abos ich teile das in meiner story immer in meiner gruppe und an meine freunde hat dankeschön danke danke echt nett von dir für den abo push so jetzt muss aber auch ein lied singen Prozent ein guter fachlich ich kann nicht singen 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 die dritte alle mal die selten die gsd-dogie gsd-dogie aber ich weiß genau du wirst schwach an die wie ging ich kann jetzt kann ich nicht schwach endlich zuvor machen ich will das autofahren Bitte. Spiel dich. Warum hast du ihn nur kaputt? Also lass dich lieber nicht schreien. Na, das hat keinen Boost. Das kann ich jetzt einfach kaputt machen. Ja, das da. Oder das da. Mach den einfachen Traster sowieso nicht. Warum hat das keinen Hackteil? Also jetzt nichts gegen die so, aber das sieht kacke aus ohne Hackteil. Ja. Geil. Geil. Oha. Ey, ein Apo wie am 70. Ja, dann hast du das, was meine... Wer fährt am Auto? Ah, Ronchen. Nalo. Das war nicht... Ey, das war nicht mein Auto. Das war von dem Mädchen. Müsst du drauf? Äh, oh nee, oh Mann. Äh, schon mal. Das ist jetzt nicht besser. Sing. Jetzt hast du... Jetzt hast du... Ey, die ist grad erst in eine Party gekommen. Die Arme. Alle meine Entchen sterben auf dem Grill. Ne, du musst sagen, alle meine Entchen sterben in China. Ja. Ja. Oh. Ja. 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 ich bin ja unendlich dank über diesen abrufbruch gerade seist mit der kleck er hat mich genervt es ist eine sehr noch hört doch mal auf sie zu ärgern sie hat mich auch auch angeschossen darf doch auch zurückschießen nebulus gamer cr moin moin kein dinge mache ich gerne dann gedanke moin moin nebulus gamer ja geht ja nur schnell ich bin wir runtergeladen die muss einfach neu wir anfangen denn dein erzt ja ich muss ja äh ich glaube die erfüllung der neuen kennst du mich noch warte mal ich gehe auf dein kanal ich glaube ich glaube wenn du so fragst dann kenne ich dich noch ähhhhh ähhhhh keine ahnung nähe ich kenne ich nicht also nebulus game aber keiner naja euch noch einen schönen abend gehen noch andere weiter pushen ja macht das dann angeschifft dann push schau viel spaß denn noch äh ne ich kenne dich nicht mehr also wenn ihr tut mir leid aber ich kenne dich gerade nicht mehr nein sagen wir bitte wer du bist scheiße das verletzt nämlich spaß ja sag mal wer bist du mann nur bitte waren nee du warst keiner der so reingestellt hat der will abos haben jetzt warst du glaube ich nicht mehr doch dabei na nebulus gamer nicht mehr doch nicht ich bekomme öfters mal die da gehört kennst du mich noch ich war voll gruselig ey kennst du mich noch genau so komm bezahl 10.000 ja ne musst du wieder nix bezahlen scheiße ich meine ich muss auch nix bezahlen ich musste vorhin auch gar nix bezahlen ich weiß bei ladies out weil lessee hypes ist sie überhaupt noch drinne ja ist sie hab dich doch vom letzten mal abonniert nicht stimmt du warst der alles klar jetzt weiß wieder wer du bist ja aber 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 bitte mal locker hallo 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 moin was geht diga vieles was beinahe ha ha gar nie witzig war nicht witzig ähm wie können wir es nochmal nennen ich hab den namen ich kann mir ich kann mir den namen nicht merken Lazy ich hab den Miki ich nenne dich jetzt einfach Lazy wenn das nicht in Ordnung ist dann schreib bitte rein wie ich dich sonst nennen so Lazy er t h h h h h h Stil nicht Lacey sondern ja wie spricht man aus L Lacey man ich kann keine Namen ich kann die nein sie hat mich geschrieben nicht merging so neuen sie leise ich kann einen okay danke dass LGR hier kommen Autos oh kommt das bezahle ich auch das Blötenbüder nicht ich wollte ich wollte kann einsteigen dieser panzer wegt sich kein zentimeter eigentlich kann das dinge alles hochgeben wollen wir mission machen hast du lust du miss geburt lässt sie wollen wir mission machen oder sowas vielleicht diese missgeburt kann nun mit auch jung leider nicht nur bei sondern nur baut so warum nennst du sie miss geburt bei jungs kannst du sehr gerne machen aber nicht muss man sich benehmen ich meine ich habe auch nicht viel anstatt aber nicht wenigstens ja bei mädchen muss man sich benehmen du weißt selber ich habe nicht wie anstatt beim mädchen will nämlich trotzdem wollen wir jetzt mal irgendeine irgendwas wieder machen irgendein spiel so was ich auch irgendwie warte ich will ja ein bisschen billiards spielen nein ich dachte jetzt einen job job spielen von rockstar stellt wollen wir hier wer verprügelt nicht hier ja bitte auf kurz denn ein billiards spieler mal bitte auf wollen wir hier dies was es überlebe beste gegen schlitzer doch kommen statt das mal das gibt 20k oder so ohne autos darf ich gegen den 211 machen ja kannst du machen ich gehe in schlitzer tschüss lade mich ein ja mache ich geht mich ein mädchen und das wäre peinlich wenn mich eine pussy tötet ey hörte mal auf sie zu beleidigen ok wie sollst du mich denn meinen schönen mit einem millionenpanzer nutzen muss die auto da ich habe ich habe sie getötet ich habe sie getötet warte ich lade euch zwei ein ja lassi das kommt davon wenn man mit loop autos spielt ich habe euch alle beide eingeladen wer hat dich eigentlich gepusht aron lassi oder niemand nein wie ist der cbg-clan auch nicht das oh nein doch lustig und was hattest du noch gesagt äh äh mika hallo da ist da noch irgendwas ich hab da nicht hab da nicht zugehört du hast irgendwas noch ich glaube dort ist mich angesprochen mit äh was hattest du gesagt random girl oder sowas bist du drin ich möchte gegen den 1 plus 1 er kann es doch machen lad mir noch mal ein du musst dann halt in team bestie und eher in team schlitzer ok sie ist traurig zuvor verlassen mädchen darf es nicht traurig machen ich will sie aber treten das heißt ja mädchen darf man nicht schlagen aber was betreten nein wenn mädchen traurig sind das geht nicht kommen da raus geht bei dir geht das nicht ich bin das ich bin das so direkt mit waffe zuschlägt zu einer muschi alter da kommt versucht doch kommt box box er ist so muschi haft alter nicht mal boxen all dann sagt er ist ein das mädchen hat so privat atom bombe heute das würde die sirene heute die bei uns geht gerade feuer bei uns zurück gerade feuerwehr raus ich hab mir schnell schuss tankern ich guck mal schnell der feuerwehr zu bis gleich er ist doch geil wenn so riesen feuerwehr wagen raus rückt das klingt wie so eine atomwumme aufpassen wir haben heute russen kommen aus 1 bis 2 die ein die 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 Nein Mädchen, nein. Ich komme jetzt nicht um die Ecke. Nein. Ach doch. Pussy. Ach du Pussy ey. Alter ist sie ne Pussy. Mädchen sind halt einfach kacke, Alter. Warum? Sie erst mit dieser A-Pistole und Plastik im Wengen, dann killt sie mich am Boden. Was für ein Lappen, Alter. Warte, ich mut mich kurz, weil ich will mal gucken, wie alt der Typ ist. Sag mal, wie schlecht bist du eigentlich, Lazy? Wie schlecht bist du eigentlich? Sag mal, bist du schlechter als jeder Mensch, der es auf der Welt gibt? Ich hoffe, du stirbst, Alter. Hörst du dir? Oh, übel, das ist ja ungesinnt. So ein Noob, Alter. Alter sagt eins gegen eins, hier Schluck scheiß Bulle, Schluck scheiß Bulle Nummer zwei. Lack mich du scheiß Buller Nein, Mädchen, du kannst vergessen Mädchen, die sich immer nur bewegen Oh mein Gott, bist du kacke, Alter Hast du irgendwie Maus und Tastatur angeschlossen und Bot, Alter Und hier so ein schlechtes Mädchen gesehen Noch nie Ich kenne ein 5-jähriges Mädchen und das ist 30-mal besser als du Das ist nicht One-Shot gemacht Und nicht Two-Shot, Alter Und ich war auch noch lower als du Du bist so eine Mussel, Alter Ich hoffe, du stirbst an diesem Corona-Bild Das ist so eine Heu-Dusel, bis du ein 1 gegen 1 willst Alter, lecker bist Hans mich mal Oder willst du wieder mit Aims spielen? Miss Stöck Miss Stöck Miss Stöck Miss Stöck Ihr Auto-End geht natürlich wieder komplett durch Miss Stöck Miss Stöck Miss Stöck Miss Stöck Liebe Stöck Nein, Aron. Aron. Aron, du Missgeburt. Machst du das nur wegen diesem Girl, weil du es rannehmen willst? Das entstummt er sich nicht mal, leider. Hä, hast du euch vor die ganze Stunde, ich rede die ganze mit euch. Ihr hört mich, ich denke mir, hä, warum wird er denn nicht aufzulabern? Ich hab die ganze Girl, ich wollte hier, ich dachte, ich war schon entstummt. Mein Mädchen ist echt scheiße. Es ist nicht mein Mädchen, ich kenne es nicht, der ist nur ein Zuschauer von mir, die neu reinkam. Wieso hast du, wieso hast du einen YouTube-Kanal? Ich hätte, obwohl ich ohne YouTube, obwohl ich hätte ich auch ohne YouTube. Ich springe jetzt, Aron. Ich fang dich. Ja, du bist da. Du hast mich gefragt. Was habe ich gefragt, wo schon war, so genau. Wie als, übrigens, das ist, er macht das nur wegen dem Girl, aber du hast gesagt, da hätte ich schon irgendeinen Anmachspruch oder irgendwas gelassen. Habe ich es jetzt noch nicht. Nein, nein. Aua, hör auf mich zu mobben. Das hast du dir verdient. Aua. Ja. Äh, wie alt bist du, wenn man das fragen darf, kannst du gerne reinschreiben. Also musst du natürlich nicht, ne? Es ist ja klar. Boah, das muss die Alter. Das kannst du reinschreiben. Ja, die kommt an und ich will die Bohren abknallen, was macht sie? Gehört mich, Alter. Das ist meinst du am Mädchen, die nutzen die die Chance. Okay. Also wenn einer schlecht ist, dann muss es hässliche Mädchen. Das Mädchen ist hässlicher als Baba Yaga. Bleib mal locker. Locker, als wenn man fragen darf, wie alt bist du? Sie ist zwei Jahre alt, vom Skill her 0%. Äh, typisch Leons. Oh, jö. Ich heiße Leo, du Bot, Alter. Ja, Leon, sie kennen bestimmt noch mehrere Leons, die genauso sind wie du. Ich heiße Leo, nicht Leons, Alter. Scheiße, sie sind nur noch ein Ausländer, Leons. Das mag Leon. Dumme Mädchen gibt's leider noch, die Zigeuner haben, Alzheimer. Dumme Jungs auch, nur weil er keine Freundin hat. Äh, was? Nur weil er keine Freundin rumkriegt. Wenn du es wissen willst, ich will keine Zicke in meinem Haus haben. Nur weil er keine Freundin rumkriegt ist es. Ich will halt Single bleiben. Ich bin ja nicht so ein Opfer, das ständig Kinderwelt verlangt. Hier kommt der Krankenwagen, hier kommt der Krankenwagen. Aber, 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 aber wenn das so wäre... Äh, wenn das so wäre... Wenn ich jetzt den Namen ausspreche, tut's mir echt leid. Ich kann sowas nicht. Egal. Ähm, tut mir leid. Äh, also, wenn das so wäre, dass er so aggro ist, warum bin ich dann nicht komplett aggressiv? Weil, ich krieg auch kein Mädchen hoch. Ja, du siehst doch nicht so aus. Du kriegst auch dein Ding nicht hoch. Ich, das... Na, kommt drauf an, was ich mir angucke. Äh, nur du hast ja keine andere Wahl, als Dinge zu sein. Boah, ich hab mein Handy fallen lassen. Das ist perfekt gelandet. Wie hat das jetzt gejuckt? Nicht. Ja, vor Formatik zu uns ist es dann. Wie alt ist er? 14, äh, Leo, du bist 15 oder so, ne? Nee, ich bin wieder an, ne, 15. Hä, nee, er ist angeblich was, 12, 13? Aber hörte man die Stimme an, ja? Und er soll angeblich 12 sein. Das glaube ich ihm immer noch nicht. Muss da auch nicht. Und Mika, und Mika ist 2, ähm, äh, 2, äh, was? 2. Ossi. Ich flieg, tschüss. Ossi. Ich flieg auch. 503 Jahre alt. So, ich hab gehört, wir parken jetzt irgendwo. Ja, passt so. Oh, mein Karten war, das explodiert. Das war eine nicht so gemäßt. Und wie alt bist du? Nicht gegen mein Vater klugen. Wir haben auch Fragen, wie alt bist du? Ja, sie ist. Wie ihr sie? Alter, die Mikro, Alter, die mich nicht nach vorne, äh, äh. Nur fragt ein Mädchen nicht nach vorne, äh. Ja, äh, sie ist, dass sie, äh, Mädchen nach ihnen gewicht. Deger. Sie ist 17 Uhr so am Rande, wer das wissen möchte von euch. Sie ist 17. Was ist diese Scheiße? Was hat das damit zu tun? Nur weil sie 17 ist, ist doch gleichzeitig scheiße, hä? Also ist Mika Opa scheiße, oder was, weil er älter als 17 ist. Ich bin 13. Du siehst schon so aus wie 13. Ah, ha, ha, ha. Ich bin 13, ja, das hört nur aufs Glück an meiner Stimme. Wenn ich so Leute höre, wie die sagen, deine Stimme, deine Stimme klingt wie 17, denke ich mir, Alter, meine Stimme klingt doch nicht wie 17, die klingt gefühlt wie 3. Und ich bin 12, und ich höre mich an einem 15. Ach, du hast den Stimme klingt ja reingehauen. Ich bin, äh, wie Oli, dein Ego-Fahrer. Hast du auch einen schönen großen Kofferraum? Ja, ja. Mensch, nicht gesehen. Was ist das denn? Warte mal, würde er nicht meckern und die ganze Zeit mit einer PAM spielen, dann hole ich ihn easy. Der ist schlecht. Ich hab ihn mit, ich hab ihn mit, sie mit einer Sniper, mit einer, mit dieser AK geholt. Ich kann nur das lesen, was sie mir schreibt. Aber ganz ehrlich, Mädel, würdest du nicht nur mit dieser Alien-Pistole oder mit AK spielen, dann würde ich dich noch mehr klappen als gerade eben. Ich doch alles, du, mein Bruder. Äh, schon traurig, dass er überhaupt von mir geholt wird, schreibt sie. Ja, stimmt, ist wirklich traurig von so einem Bot wie dich. Ey, ist doch egal, ihr holt euch jetzt nicht etwas rum. Doch, warum? Ich finde das witzig. Warum, weil mich so, weil mich ne Bitch getötet hat. Warum ist sie eine Bitch? Weißt du überhaupt, was Bitch bedeutet mit drei, äh, mit zwölf? Ich bin 13, aber guck, boh. Was heißt, was heißt du Bitch? Ich weiß nur, dass es ein Schimpfwort für Frauen ist. Das heißt, Schlampe. Und du weißt das, weil du ist keine, du bist keine zwölf. So, sie schreibt Inkompetenz, sie, sie schreibt Inkompetenz, Stern, Stern. Ja, ja. Mit den Nulli-Kuh will sie gar nicht mal die Schnauze halten. Eingeparkt. Auch zur Pfeife nur Schlagpfeife. Aber wer, wer, wer pfeift, der hat Luft im Kopf und nichts anderes. Okay, ja, dezent, zu viel Luft im Kopf. Gebt mir das Auto, dann habe ich zweimal das Auto gewonnen. Got it! Okay. Äh, ähm, x-gamingplayer, hi, hat eine Frage, hast du, hast, äh, modded Autos? Nein, ich habe alle das Shit erspielt. Oder was meint ihr jetzt damit? Ich bin, ich weiß, ich bin inkompetent, aber, falls ich das jetzt falsch verstanden habe, dann musst du mir das nochmal schreiben. Nö, nein. Oh, sie ist eine Hexe. Äh, wenn sie mich die ganze Töte würde, würde ich auch so reagieren, so, aber sie macht's halt nicht so und deswegen finde ich sie bis jetzt, ich, ne? Ja, sie geht erst auf den guten Spieler, dann auf den schlechten. Ähm, hast du, hast du oder nee? Nein, ich habe keine, also, falls du jetzt gefragt hast, ob ich, ähm, gemottete Autos habe, nein, habe ich nicht. Ich habe alles Shit erspielt, warum, fragst du? Oh, Shit erspielt, aha. Ich habe nie mehr nichts gemottet und auch nichts gehackt und geklitscht und was auch immer. Glaubst du nicht. Ich auch nicht. Weil ich mich verarschen, das wäre mir viel zu schade, weil ich Angst hätte, dass GTA mich gebannt. Ich weiß ja nicht, wie die der ticken. Mein Freund hat schon ungefähr 55 Millionen oder Milliarden. Mein Freund ist Level 8000, der modet sich und hackt sich alles. Wurde nicht einmal gebannt. Nein, noch nicht. Doch, ähm, sein, boah, da war ja Level 300 noch irgendwas, da wurde er schon mal gebannt, aber auf sein Level 8000 Account noch nicht. Gut, wenn das Mädchen mich jetzt in mein Haar leistet, dann hasse ich sie. Ich bin ein Tag, ihr könnt mich mitnehmen. Ja, okay, ich nehme dich mit. Achso, nee, umgekehrt, ihr könnt anstrengen. Nee, das Mädchen ist hier. Jetzt bin ich auf so'n Treckstag, oder was? Wie sieht das Mädchen überhaupt aus? Äh, woher soll ich wissen, wie sie aussieht, wenn ich sie gerade erst bei mir... In GTA, äh, äh, warte, sie hat ein GTA, warte, ich muss kurz in Ego gehen, rumdrehen. Äh, sie hat, äh, für ein Mädchen relativ kurze Haare, hat ein Dollar-Tattoo auf dem Nacken, äh, also auf so'n Seite des Nackens. Äh, hat eine Atemmaske, hat ein T-Shirt, eine Hose, keine Handschuhe. Achso, ich dachte dir jetzt eine We-Life. Achso, keine Ahnung, die ist eine Zuschauerin, die hat mir erst geschrieben, ob sie mitspielen darf. Ich hab' keine Ahnung. Frag' ich mal nach'n Foto. Was? Was soll ich fragen? Nach'n Foto. Äh. Ich gehe auf nix. Du doch nicht. Nö. Digga, ich gehe ja auch nicht auf Josi, Josi ist ja auch noch freundschaftlich so. Ja, Josi ist deine Freundin. Freundschaftlich, hab' ich doch grad' gesagt. Äh, man ist aber nicht nur freundschaftlich. Ich meine, was sie reinschreit manchmal, das klingt nicht freundschaftlich, das wie sich selber. Das klingt auch fix, auf Heushaus-Fluss, ey. Aber, äh, das ist halt Josi so, da kann ich gegen nichts machen. Aber, Freundschaft-Fluss, ihn kam nicht. Du, mach' mal das Auto kaputt, bitte. Oh, du auch kaputt. Warte, ich blockier' hier einfach den Weg, der kann da nicht mehr raus. Mann, der hat mich getötet. Ah, nee, das warst du, Loll. Bamm, Junge, ein ingassenfestiges Mädchen, Alter. Kein Aim, oder was? Ein wunderschönes Auto werdet ihr nie bekommen. Wo hast'n du mich jetzt getötet, wo hast'n du? Ich war im Waffenladen rausgegangen, hab' dir Headshot gedrückt. Ich hab' dich gar nicht gesehen, wie du rausgestattet waren, alles MPC, sehr lol. Bamm, Junge, hat einen Waffenlitz gedrückt, aber ich bin halt so hoch. Mika hat gerade 22 seine fünf Minuten. Muss man nicht verstehen. Nee, muss man auch nicht. Mika wollte meinen Tank treffen. Nee, das ist doch mein Mädchen, stimmt ja. Hexe wollte meinen Tank treffen. Hexie, die heißt Lazy, 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 ich kann keine Ahnung. Als Hexe, nicht Hexie. Die heißt alte, schrumpelige Hexe. Und jetzt spielst du wieder mit dem Noob-Fahrzeug. Spielst du wieder mit Pussyhaft. Jetzt spielst du wieder Mädchen. Okay. Den Noob-Fahrzeug finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, aber... Der ist genauso schlimm... Das ist so gesagt die Auto-Variante von Oppressor. Stell dir mal vor, es geht mir ein Fortnite-Auto. Was für... Boah, das würde ich mir direkt kaufen und direkt wieder zerstören. Ja. Ja, du würdest dich lieben und fliegen. Nie. Was machst du da? Dein Auto zerkratzen. Hast du... Okay, du hast es geschafft, mein Auto zum Stack anzubringen. Nicht mich analysieren, bitte. Ich sehe ihn doch, dass du gleich... Aua. Halt doch mal die Schnauze. Oh! Das Mädchen spielt mit... Oh! Ich habe gedacht, du willst ein richtiges 1 gegen 1, dummes Köter. Dumme Mädchen einer. Du dummes Köter. Halt jetzt deine Schnauze. Du dummes Köter. Ja, sorry, ich habe die Sprache von diesen dummen Mädchen gelernt. Aber die schreibt doch, die hat doch kein einziges Schreibfehler gehabt. Ist mir doch egal. Ich bleibe auf dem Rücken liegen. Das wirst du schon. Tschüss. Achto. Aber das Mädchen kann eh nur mit diesen... Da ja. Schlecht. Du musst immer alle doof machen, die nicht töten. Was sollte ich denn in den Rennen sagen? Da hätte ich dich ja umbringen müssen, was du da gemacht hast. Scheiße. Aua. Ich habe mich trotzdem noch erwischt. Minimal. Nein! Soll das jetzt hier Stier kommen her werden, oder was? Ich lasse mit jemandem ein. Was? Ja. Wollen wir Party auf irgendeine, bitte. Ja, warte. Party-Einstellungen. Warte, ich mach's. Ist jetzt auf öffentlich. Kennen die die von den Simpsen? Ja, sie ist auf öffentlich. Du kannst einladen. Dann komm ich doch gerade. Wie lädst du einen? Kennen wir den? Oder ist es wieder ein neuer? Ich weiß nicht, soll ich ein Mädchen einladen? Weil der wollte... Also die hat mich... Digga, weißt du, wie scheiße geil mir das ist, wen du einlädst? Boah, dann hilfst du diesen... Hilfst du ernsthaft, die Sack Göre? Nein. Dieser Zigeuner Hartz-IV-Göhre? Und... Dudelsack. Junge, ich töd dich jetzt, Alter. Du, ich juck mich, das ist gar nicht... Ich töd dich jetzt, Alter. Ja. Wann bist du denn so nett? Scheiße. Wow. Die Bullen töten mich, weil nur... Al... Aaron, du bist so ein Bot, Alter. Du camp... Du teamst mit einer Göre mit Hartz-IV. Ich mach's nicht, ich mach doch gar nichts. Ich will doch mal Spaß haben. Wir sind hier die einzigen Spieler drinnen, deswegen will ich dich töten, ne? Ja, ich hab das auch gekriegt. Oh, die Stücke hat verlassen. Endlich, jetzt hab ich endlich keinen Nerv... Ich hab da auch so ne Schlampe, Alter. Hallo. Ja? Na, was soll ich denn sagen? Hä? Hehe. Pff. Du hast ja nix mehr gesagt dazu. Nein, nein, ich glaub, sie musste auch rausgehen, weil sie ist auch nicht mehr online. Also glaub ich zumindest nicht. In derüngung ist ja nie irgendwo noch nicht zu proff TravelНАЯiono donde twich schon mit einem Standort mit der Garn onein wird, aber auch nicht. Ja. Und da wir rechtlichen Freude. Pff. Und da hat dir noch einen Dach. Und da, Ver تھ快. Wir sind schon mal Ja. Weil mein Ver었습니다 zu sein. Du hast ja Pohark Mieter, Jetzt? Oh,が? Ich bin gerade der AFK. Mika, ist das jemand von dir? Hallo? Okay. Erde an Dummheit. Warum sind hier fünf Leute in der Party und keiner redet? Das ist ungewohnt. Hallo? Warum ist hier so leise? Redet. Gefährlich. Ich scheine. Na wohl, ich bin ein grosser Mika. Und die anderen zwei können hier reden? Hä? Ich gebe dir jetzt ein Finish. Du Mist. Du Mist. Ich wollte gerade abtraken. Wieso macht eine Pampe One-Shot? Weil du neben mir standst bei mir da. Und eine Pampe für Nachkampf gedacht ist. Ja. Echt? Wusste ich nicht. Tut mir leid. Ich habe gedacht, die Welt für einen Kampf gedacht. Können die anderen zwei reden? Hallo? Ich glaube, die haben keine Lust auf uns. Die haben keinen Bock auf dich. Boah, boah. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Du stinkst. Okay, danke. Ey. Lass mich zur Roller fahren. Nein. Wohl. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich sage nein, dann heißt es nein. 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 Ja. Also, ich habe bestätigt. Wieso lebst du noch, du Hacker? Ich habe ein Mini-Strich. Ja, Kommerdo. Du Mist. Haben die uns gestohnt, oder? Wenn die jetzt nicht reden, dann kriegst du die einfach. Na, warum, aber. Ich könnte auch wenigstens mit uns reden. Das habe ich euch nicht getan. Ich habe doch jetzt wusst, dass du nicht der Freund von ihm bist. Ich muss mich ja wohl wussten. Ich habe mir gerade alles gekündigt, dass ich sofort sterbe. Ach so, weil damit du so schlecht bist, du direkt wieder auf den Abheben. Halt das einfach deine Schnauze. Ich bin so. Und jetzt werde ich auch noch von Passanten angefahren ohne Grund. Alter, dafür stirbst du jetzt, Bahnjunge. Ich fahre jetzt. Du fährst kein Bus. Doch. Tut, ich habe auch. Tschüss, du, Loser. Ja, was willst du jetzt machen? Äh, das hier. Danke für den nicen Boost. Ah, hau. Scheiße. Easy. Nein. Ich bin stuck. Warten. Wer spricht da? Ist das ein Kehler, Merkel? Auf mich zu boosten. Ich habe dir nichts getan. Ich sehe schon, dass du ins Wasser gehst. Geh ins Wasser. Nö, mache ich aber nicht. Nein, nein. Guck. Nein, scheiße. Das kann doch nicht sein. Das hast du dir einfach nur verdient. Nein, 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 nein. Fick, ich gesuchen muss. Du bist so schlecht. Hä, habe ich die gestürmt oder warum redet denn hier keiner? Die spielt alle GTH. GTH? 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 Was hast du versuchten? Ich wollte es mit einen Elite töten. Heut doch. Nö. Das war so klar. Ich will jetzt, 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 jetzt kannst du versuchen, mich zu töten. Also, ich will nicht mehr einfach nicht. So, ich will nicht. so jetzt jetzt kommen wir herkommen kommt 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 er traut ich doch nie jetzt rakiet munition gekauft vielleicht weil ich habe ich auch meinen laser minigam er weiß ich habe nie ganz so schlecht komm herkomm muss den rentner töten aus dem park auch wie schlecht bist du jetzt kommt töt mich doch komm komm herkomm ich glaube du bist tot ich glaube du bist tot es gibt kein ausweg mehr außerdem hier ich glaube der auswirkung ist so angenehm du bist ein posi du bist im geist modus ne bin ich nicht scheiße ja schießt doch du musst er trägst du nicht guck mal leicht für mich ziel auf das ding aber schießt durch du misst geburt also konzern und passiv als von daher schlecht bleib mal stehen wo du bist ja ich sage jetzt ich fahr durch durch und dann hört der geist modus auf ja okay jetzt wird direkte geist muss das wäre so dein glück ja komm august fahrt hallo ja was kannst du eigentlich habe ich dich gerannt nein scheiße ich nicht annähernd das zählt nicht hehehe okay nochmal Ja, versuch mich zu treffen Oh, ähm Verstehst du? Ja, wow Ja, Alter, ich bin zu krass für dich Einfach zu krass Einfach zu krass für dich Willst du dir wohl nicht Hast du gerade ins Wasser gefahren? Ja Um dich abzulenken Das ist alles pure Ablenkung Was ist das für eine Ablenkung? Dass du an das andere Ufer schwimmen kannst, oder was? Ja Ich fliege da einmal drüber Okay, ich fliege einmal rüber, ich will es sehen Okay Okay, du wusstest, okay, okay Danke, Polizei, ich liebe euch Boah, so schlecht und du sagst, du schaffst das, ey Ich wollte gerade eh boosten Ausreden Ich bin noch bei dir drüben, was willst du von mir? Ey, das ist jetzt nicht Doch Ich bin auf deiner Seite Ja, mit deinen Badmobilen, aber nicht Ja Du musst jetzt halt nur noch treffen Der Geistmose ist noch an Nur so Spaß Ah Du bist genau so ne Pussy Der ist gerade irgendwas rausgegangen Ausgegangen Ich mach nur Hatschers bei den Bullen Ich mach nur nen Bauchschuss bei dir Boah, der hat ja auch noch nen Strich-HP von der Polizei Ne, du hast noch Half-HP Äh Ach, bist du müde? Musst du Heia-Heia machen Du ja Du weißt nicht, was Scheldt alles durchgemacht hat Ich hab auch gerade Ich will gerade abdrücken Da laufe ich dir aber nicht Die Frau sagt, don't fucking touch me Möchtest du ja beim Tatschen Was versuchst du nicht zu snipen, hä? Es ist nicht, wie ich gerade hier Frauen töte Oh Gott Nein Renn doch nicht weg Mein Segelboot ist da Ja, ich hab mir mal ein Segelboot gekauft Einfach nicht frage Ja, weil du scheiße bist, alter 430.000 haben sich doch voll gelohnt Soll ich mir auch eins kaufen, nä Äh, Leute, ich werde jetzt hier den Livestream beenden Das waren wieder fast 5 Stunden Das ist, glaube ich, okay Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen Und ja Bis zum nächsten Mal Und ciao, ciao Das sieht man Likes, 32 Daumen nach oben Ihr seid die besten Ciao